Und wir machen weiter mit Tomb Raider, da wo wir gestern aufgehört haben, hier am Checkpoint, wo wir das Grab gefunden haben und wo auch die Nebenmission direkt ums Eck ist und ähm, ich weiß nur jetzt leider nicht mehr von wo ich kam und wo ich hin soll. Das ist jetzt eher so das Hauptproblem, was ich hier habe. Herausforderung, erkunden sie, um den Eingang zu finden, wobei ich würde fast vermuten, der war hier oben oder ist hier oben, ne? Mal gucken, wo der ist. Der Grünleiste ist halt das Beste. Also von daher, den habe ich als Kind auch so in mich rein, äh, teilweise ohne Wasser. Teilweise ohne Wasser, einfach so in den Mund. Lol. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube, wir kamen von außen und sind hier reingetaucht, ne? Geht's denn hier hin? Wo ist denn der Weg? Ich brauche einen Weg. Also ich gehe davon aus, es muss hier oben lang gehen, sonst wüsste ich nicht, wo es hier lang gehen soll. Hat einer von euch denn die zusätzlichen Toomes gespielt in Tomb Raider? Also die optionalen DLC Toomes? Weil ich bin da echt mittlerweile gespannt drauf, wie Schnitzel. Ah, hier kann ich einen Schwalbensprung machen, die muss ich ja für die Herausforderung machen, also von daher machen wir das mal. Dann fehlt mir nämlich nur noch einer. Weiß ich nicht, ob es Platin wird. Bevor jetzt wieder die Leute fragen, wie wird das denn Platin? Das weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wie viel wir nachher noch suchen müssen. Und dann muss ich das Spiel theoretisch ja nochmal auf schwer durchbollern. Ähm, mal gucken, was uns dann halt vielleicht zum Ende hin halt fehlt. Ich würde so viel wie möglich gerne mitnehmen, na klar. Aber was es dann am Ende wird, das weiß ich halt noch nicht. Nur das Hauptspiel, nur das Hauptspiel. Ich habe nicht mal das Game an sich gespielt. Ja, ist jetzt über Epic umsonst. Hatte nur das Hauptgame. Was beim ersten Durchspielen nicht mehr angefasst ist, mache ich dann, wenn ich es dafür auf PSI auf Platin spiele. Okay. Also anscheinend niemand. Das ist halt lustig irgendwie bei Square. Irgendwie. Square Energy Spiele sind irgendwie immer besonders. Habe ich so das Gefühl. Und Azazai, grüßen. Moin. Und dabei ist es kein schlechtes Spiel. Muss ich ja jetzt wirklich sagen. Also wie gesagt, wäre es halt 2021 rausgekommen statt 2018, wäre dieses Spiel wahrscheinlich sehr weit oben auf meiner Game of the Year-Liste gewesen. Aber kann auch daran liegen, dass 2021 halt einfach ein schwaches Jahr war und 2018 halt nicht so. Ich weiß es nicht. Ja, verstehe ich, Sascha. Verstehe ich. Deswegen bin ich auch jemand, der halt sagen würde, dass DLCs halt eigentlich gar keinen Sinn haben. Und es wäre halt besser, wenn sie halt instant im Spiel halt drin wären. Weil dann würden sie auch die Leute halt spielen. Weil sie halt gerade ja sowieso im Flow sind, das Spiel zu spielen. Und nachträglich das Spiel halt nochmal rauszupacken. Vor allen Dingen halt in diesem Schedule, dass du halt jeden Monat irgendwie einen Grab bekommst. Die Leute nicht jeden Monat einmal in dieses Spiel einloggen, weil sie plötzlich dann was anderes halt spielen. Ist bei mir ja genauso. Ich kram dann nicht nochmal das Spiel raus. Abgeschlossen, deinstalliert, neues Spiel kommt. Und dann ist halt, äh, Spiel vorbei, ne? Also von daher, äh, bin ich genauso. Deswegen. Und wie gesagt, die Anzahl der Gräber, es waren glaube ich jetzt 10 im normalen Spiel. Und irgendwie 8 Stück kamen nochmal on top. Es wäre halt viel cooler gewesen, wenn die halt instant schon drin gewesen wären. Weil das Spiel dann deutlich länger gewesen wäre und so, weißt du? Aber, ja, wollen sie ja nicht. Sie erhoffen sich damit ja, dass die Spieler dann doch irgendwie nochmal zurückkommen. Was wohl aber da halt die wenigsten anscheinend tun. Nicht eingeschlossen. Äh, ich glaube ich muss nach links, ne? Glaube ich. Okay, das war knapp. Das war knapp. Das muss der Tempel sein, den ich vom Fluss aus gesehen hab. Äh. Okay, das, das passt. Also, ne, ich, äh, muss mich abseilen und dann rüber schwingen. Das war dumm. Ne, oben rum, ne? Und El Duderino, sei gegrüßt. Moin. Ja, wie gesagt, deswegen von solchen DLCs halte ich tatsächlich nichts, wenn es ein großes DLC ist. Ähm. Ähm, was quasi so a la Phoenix Rising ist. Oder meinetwegen auch wie, ähm. Halt was so eben nicht irgendwie was ins Spiel integriert wird, ja? Weil hier sollen jetzt ja die Tombs quasi ins Spiel integriert worden sein. Sowas finde ich halt, muss nicht sein. Ähm. Wenn es halt eine separate Karte ist, vielleicht mit separaten, ähm, Klamotten und so. Was man nachträglich halt nochmal spielen kann, losgelöst vom Hauptspiel. Das muss der Tempel sein, den ich vom Fluss aus gesehen hab. Aber, ähm. Ja, sonst bin ich auch kein Fan von. Hä? Wie soll ich denn, wo soll ich denn da weiter? Obenrum? Ja genau, sowas wie Frozen Wilds. Das hab ich ja auch deutlich später gespielt, aber, äh, oder meinetwegen das dann schadet Ding. Ähm. Aber ja, sowas meine ich. Sowas, finde ich, funktioniert noch am besser. Oder meinetwegen das Last of Us 1 DLC oder so. Das, das geht halt noch. Aber ja, die, wenn die Leute halt raus sind, ja, verstehe ich. Aber ich mag das. Ich bin kein Fan von DLCs. Ich bin kein Fan von DLCs. Außer man spielt's dann halt wirklich Jahre später mit allen DLCs. Das ist dann wiederum okay. Also, aber ich weiß nicht, ob das das Geschäftsmodell ist, was halt die Publisher halt pflegen wollen. Dass du halt echt ein Jahr später nochmal ein Spiel spielst. Weil ich glaube nämlich nicht, weil das Spiel ja nämlich schon abgeschrieben ist. Das muss der Tempel sein, den ich vom Fluss aus gesehen hab. So, aber wo soll ich denn hier hin? Ah, ich soll hier oben dran. Das hab ich gar nicht gesehen. Das hab ich gar nicht gesehen. Ja. Rätsel erkannt, Rätsel gebannt. Von Crazy Nacken, wenn sei gegrüßt. Komm ich da oben jetzt einfach dran. Ja, komm ich. Ja, sind wir drin. Stimmt, du kannst mal versuchen, das Quote von gestern noch nachzutragen, Fabi. Das steht noch im Mod Discord. Das ging gestern aufgrund des Bots nicht. Vielleicht funktioniert es heute. Und Andi, Bruder, sei auch gegrüßt. Moin. Michael, wünsche ich dir auch. Sei gegrüßt, mein Lieber. Ich hoffe, du bist auch gut reingekommen. Danke dir, Mann. War bei uns echt lustig. Aber ein bisschen anstrengend. Danke, Fabi. Fabi, der Premium-Mod. So sieht das mal aus, Pasi. Streng dich mal an. Sehr gut, Fabi. Sehr gut. So, wo geht's denn hier weiter? Ja, und ich hab ja gestern gesagt, heute guck ich, dass ich ein bisschen früher und pünktlicher da bin. Weil gestern war es halt extrem spät, weil ich hatte halt noch aufzuräumen. Und dies, das, ihr wisst schon. Und heute hatte ich jetzt bis kurz vor dem Stream gepennt. Und bin dann aufgestanden und dachte mir, okay, komm, mach jetzt direkt an und können wir halt ein bisschen mehr spielen mal wieder. Weil die letzten Tage und so war es ja immer ein bisschen wenig, weil wir immer so lange gequatscht haben und der Stream ein bisschen später angefangen hat. Deswegen wollte ich halt hier mal direkt ein bisschen Lara schubsen. Komme ich hier eigentlich durch? Also gibt es hier einen Hebel? Gibt es hier einen Trick? Wie komme ich denn hier durch? Weil im Moment ist nicht kein Weg. Irgendwo. Ach da. Ein Loch. Ich wusste gar nicht, dass Darkseid das drei DLCs hat. Die hab ich zum Beispiel auch nicht gespielt. Obwohl ich das Spiel ganz gut fand. Fähigkeiten haben wir gestern noch ausgegeben. Und Inventar. Achso, das kann ich nicht. Das ist schon aufgewertet, weil ein Plus dran steht. Okay, dann haben wir das. Alles klar. Goodie. Dann haben wir das, ja. Welches Game habt ihr an Silvester gespielt? Viele. Viele. Ich glaub, die darf ich nicht erwähnen. Wäre ich gebannt oder so. Da ist noch was. Haben wir uns gestern auch größere Taschen hier noch geholt. Weil wir den Händler gefunden haben in der Stadt. Deswegen kann ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr looten. Hoch oder runter? Bin ich nach unten oder nach oben? Bin ich sicher, wo ich hin will. Gucken wir erstmal unten. Vielleicht ist unten auch falsch. Theoretisch vielleicht. Praktisch weiß ich es nicht. Hier ist irgendwie alles abgesperrt mit diesen komischen Dingens. Bummens. Welches Darksiders fand ich am besten? Ich fand jedes Darksiders cool, weil jedes Darksiders ein anderes Thema hatte. Also Darksiders ist halt von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Finde ich persönlich. Deswegen ist es schwierig zu sagen, welches mein Lieblings Darksiders ist. Weil... Oh, das wollte ich gar nicht. Darksiders 1 ist tatsächlich eher wie ein... Ich nenn es mal... Ähm... Darksiders 1 ist halt eher wie, sag ich mal, ein erwachsenes Zelda. Darksiders 2 ist eher wie ein MMO oder ein Hack'n'Slay. Also eine Mischung aus Diablo und World of Warcraft. Und Darksiders 3 wiederum ist eher wie ein Dark Souls ähnliches Spiel. Also das heißt, die haben jedes Mal so ein bisschen das, äh, den Ton von dem Spiel verändert. Dass, dass, wenn man halt nicht sagen kann, ja, es sind alle gleich. Und deswegen mag ich das am besten, weil da ist es am schönsten ausgearbeitet. Also, ich mag alle drei, weil jedes ein anderes Spiel ist. Also vom, vom Konzept halt. Ähm... Deswegen, die Frage ist halt, was sagt ihr von den drei Konzepten am meisten zu? Halt eher so ein Zelda-like oder eher halt ein WoW-Diablo-like oder eher ein Souls-like? Also dementsprechend, ähm... Ich mochte alle drei. Und ich bin auch echt gespannt aufs vierte. Das einzige, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, war das, ähm... Spin-Off. Also dieser Twin-Stick-Shooter, nenn ich's mal. Darksiders Genesis hieß der, glaub ich. Ähm... Das ist nicht so meins, weil ich nicht so Top-Down-ISO-Twin-Stick-Dingsbums-Mensch bin. Das ist zwar mal ganz witzig, aber davon halt ein komplettes Spiel durchzocken, ähm... Weiß ich nicht. Fasziniert mich nicht so lange. Aber das war für mich das Schwächste. Äh... Das kann ich sagen. Aber was jetzt von den anderen drei das Beste war, ist schwierig zu sagen. Darksiders 3 hast du noch nicht gespielt, Parsi, obwohl es Souls-like ist? Hm. Okay. Das Rätsel wird dauern. Äh, ich... Das war... Leite die Strahlen um, ne? Was muss ich denn hier machen? Was kann ich denn hier machen? Wir gucken mal. Aha. Aha. So, dann komm ich hier rüber. Und kann da hinten hin. So, easy, oder? Aber dann fehlt mir... Okay, verstehe ich. Doch, nicht so easy. Also Darksiders kann ich echt nur empfehlen. Also wer weiß, dass ich immer... Ich muss durch den mittleren Pavillon, um den Altar zu erreichen. Oh, dann machen wir das Ding da hin. Genau, nicht die Strahlen kreuzen. Wobei Darksiders, weiß ich nicht. Wobei, wir haben es ja schon mal replayed. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch mal spielen will. Vielleicht Darksiders 3. Aber bin ja auch nicht sicher. Ob ich Darksiders 3, dann lohnen sich die DLCs. Wobei, ihr habt sie ja auch nicht gespielt, ne? Ach, lol. Also eventuell könnte ich das hinten jetzt umändern. Aber da fehlt mir dann auch der. Okay, verstehe. Naja, da komme ich noch nicht weiter. Also, warte mal. Dann machen wir das so. Halt rum. Machen wir den da hinten. Damit wir den machen können. So, jetzt haben wir die Brücke nach da hinten und können den Scheinwerfer bewegen. Schon mal ein bisschen Progresse, ne? Chat. Okay. Ich rede von Progress und schon ist der Progress im Arsch. Spiegel 3. Ich brauche ein Pfad zu Spiegel 1. So. Ich nehme mal den neuen Controller. Vielleicht kurz bevor Darksiders 4 rauskommt. Ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Jahr, ähm, eine Ankündigung von Darksiders 4 hören werden. Äh, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr rauskommt. Aber ich glaube zumindest die Ankündigung. Kann ich mir vorstellen. Genesis ist im Koop recht spaßig. Also, du willst mit mir zusammen Genesis spielen, hast du gesagt, Sascha. Ja gut, das könnte man machen. Welche Plattform? Ich weiß gar nicht. Ich habe es, glaube ich, nur für den PC. Oder war das im Game... Oder ist das im Game Pass? Oder ist das... War das im PlayStation Plus? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich mal gucken, auf welchen Plattform ich das habe. I don't know. Und Annoyal, sei gegrüßt. So. Und damit muss ich jetzt quasi... Das Ding da machen. Okay, das Ding kann ich nicht machen. Erwische ich den? Ja, den erwische ich. So. Hä? Warum ist der denn jetzt weg? Jetzt bin ich verwirrt. Wieso ist der jetzt weg? Äh, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wieso ist das Ding denn jetzt falsch rum? Äh, ich meine, wieso ist es jetzt weggegangen? Was ist jetzt passiert, dass das Ding falsch ist? Das ist jetzt das erste Unlogische, was mir passiert ist. Warum ist das so? Warum ist die Brücke zurückgegangen? Ah, deswegen, ne? Ah ja, okay. Geil. Ja, das ist ja natürlich jetzt richtig dumm. Also ist ja dann in dem Moment, wenn ich den umstelle... Also muss ich den jetzt ja dafür benutzen, um erstmal hier dran zu kommen. Hm. Und Maverick, sei gegrüßt. Ja, auf Steam habe ich es, das weiß ich. Da habe ich es ja auch gespielt. Ich weiß aber nicht, ob ich es jetzt auf, ähm... Auf der Xbox oder auf der Playstation habe. Hm. Und Grüße nach Franken natürlich, Maverick. Okay, das ist jetzt aber dumm. Naja, wie komme ich denn zurück? Au. Au. Das tut weh. Okay, das, äh, verstehe ich gerade noch nicht. Hä, wie komme ich denn wieder zurück? Ach, muss ich über die Wand klettern? Ich glaube, ich muss über die Wand klettern, ne? Muss ich über die Wand klettern? Mit je einer anderen Markierung. Sie haben Nummern. Äh? Ach so. Okay, verstehe. Okay. Dann muss ich so machen? Okay. So, jetzt ist die Frage, wo will ich das Ding hinhaben? Und Markus sei auch gegrüßt. Und scheinbar links, schell rechts, du natürlich auch. Hallöchen. Oh. Jetzt ist die Frage, ob ich das Ding runter machen will. Weil das da hinten nützt mir jetzt erstmal nichts. Also, warte mal, dann kann ich das jetzt so machen. Dann kann ich den umstellen. War das denn mal ein Playstation Plus? Ich weiß es nicht. Also, deswegen, ähm... Ich würde es dann natürlich auch wegen Trophies lieber nochmal auf der Konsole halt spielen. Ja, machen wir das da hin. Und einmal da hin. Und dann haben wir den Weg zu dem anderen Ding frei. Äh, wir müssen gucken, was du geschrieben hast, Markus. So. Vielleicht ist es für mich im Game Pass Bar Genesis bis August, aber ist wieder raus. Ja gut, das nützt uns ja dann auch nichts. Was kostet das denn im Moment auf, auf, auf Playstation? Erstmal nehmen wir hier alles mit. Habe ich nämlich auch noch nicht geguckt. Da hinten ist noch ein Schatz, sehe ich gerade. Den will ich natürlich auch haben. Da sehe ich es nämlich, Blinkhorn. Schwupp. Ja, 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 wir arbeiten ja dran. Wir arbeiten ja dran. Wir arbeiten dran. So. Und dann kommen wir nämlich hier rüber. Eben die Konsole Gute Nacht sagen. So. Eben wir hier lesen und Nicole Gute Nacht sagen. Da ist der Urlaub nämlich auch vorbei. Morgen ist wieder der erste Arbeitstag. Arme Schatzi, ey. Das heißt, dann geht da wieder das frühe Aufstehen los. Das heißt, dann geht es. So, ähm, dann können wir den Spiegel umstellen. Die Frage ist, in welche Richtung? Theoretisch da, oder? Praktisch gesehen komme ich nicht nach dem, der braucht auch nicht. Oder da. Wobei ich fast sagen würde, der wäre hier am sinnvollsten. Ne, der wäre am sinnvollsten. Weil wegen, sonst kann ich den da hinten nämlich nicht benutzen. Wow, danke schön Discord-Bot. Sag mal, ist der Discord-Bot mittlerweile drunk, dass der erste gefühlt fünf Stunden später, nachdem ich streame, poste? Ich bin live, Leute. Hallöchen. Na, schön, dass ihr auch von der Discord-Nachricht hergefunden habt. Es ist toll, dass das fünf Stunden passiert, nachdem ich live bin. Ähm, Mods könnt ihr mir gefallen tun und da ein Auge draufhalten. Und mir Bescheid sagen, wenn er nicht postet. Ich vergesse das immer. War schon um 22.11 Uhr. Und warum kriege ich jetzt die Push-Benachrichtigung? Auf allen Geräten? Keine Ahnung. Der war eigentlich recht früh. Okay, wieso kriege ich denn jetzt eine Push-Nachricht? Ja, okay. So, die Frage aller Fragen ist, wie muss es denn am Ende aussehen? Also, das Ding muss ich nach oben drehen, um da ein Ding zu haben. Und ich muss dann irgendwie von da oben irgendwie da runterkommen. Aber die Frage ist, wie ich das schaffe. Ähm. Aber so rum ist richtig. Ja, bin's live. Hallo. Handy-Discord-Pusht, sobald das PC-Discord offline ist. Okay. Ja gut, okay. Dann denkt mein PC jetzt, ich bin offline. Aber jetzt habe ich es gerade eben auf Handy und auf Tablet bekommen. So, das heißt, ich müsste jetzt die Brücke wieder umbauen. Der hintere ist egal. I guess. Dann müsste ich den vorderen nehmen. Ne, der hintere ist nicht egal. Doch, den habe ich jetzt ja gerade umgebaut. Also kann ich den nehmen? Der kann im Moment so bleiben. Ne, der kann nicht so bleiben, weil ich den umstellen muss auf dieses Ding. Geht falsch rum. Also bis jetzt würde ich sagen, schlage ich mich noch relativ gut. Mal gucken, ob jetzt gleich alles chaotisch wird. Ich sehe das Rebste gleich von auf mich zukommen. So. Dann können wir nämlich das Ding da wegmachen. Komme ich hier einfach rüber? Ja, komme ich. Das ist aber auch eine Höhlenmaschine. Ja, das ist wohl wahr. Strahlenrätsel sind immer die besten Rätsel, ey. So, weil dann können wir das Ding nämlich umdrehen. Und ich glaube, das Ding brauchen wir dann einfach nur noch. Entweder da. Oder da. Ne, da brauchen wir es nicht. Also da. Wobei die Frage ist, ob ich das nicht sogar eher dann an einen anderen Klotz hinstellen muss. Da funktioniert es aber nicht. Also muss es ja da sein. So, dann wieder zurück. Zurück. So, das Ganze jetzt nochmal umkehren. Eigenlob stinkt, ach. Wenn es sonst keiner tut. So. Das heißt, wir müssen jetzt wieder nach da hinten. Wobei ich jetzt nicht nach da hinten komme. Aber müssen wir das jetzt so machen? Da komme ich nicht mehr hin. Scheiße. Da komme ich nicht mehr hin. Tja. Wie mache ich das denn dann? Ist das jetzt schon des Rätsels Endlösung? Aber dann fehlt mir der eine noch zum Rüberklettern auf der anderen Seite. Also das kann auch nicht die Endlösung sein. Aber dadurch, dass das jetzt nicht passt, ist das ziemlich kacke. So, weil theoretisch... Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt auf dieses Ding überhaupt drauf? Das ist Spiegel 2. Jetzt gelange ich zum Altar. Komme ich? Wie? Also die Frage ist erstmal, wie komme ich jetzt in die Mitte? Das einzige, was jetzt glaube ich noch falsch ist, ist das da. Also theoretisch wäre es dann ja... Also irgendwie, ich muss von hier da rüber, da rüber und komme dann da rüber. Also der ist hier noch falsch. Aber wie komme ich erstmal hier überhaupt hin? Das wäre jetzt erstmal die Frage, die mich am meisten beschäftigt. Weil das erkenne ich nämlich noch nicht. Also eigentlich sagt sie, es ist... Die Lösung? Verstehe ich nicht. Was darfst du hier denn, wenn ich das drehe? Okay, sie sagt immer dasselbe. Ja gut, das bringt mir nix, weil da noch der Spiegel fehlt. Ja gut, das nützt mir jetzt nix. Okay. 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 Das blockiert den Weg zu dem Ding. Wenn das jetzt gehen würde, wäre es totally easy. Aber wie soll ich den denn dann woanders hinstellen? Dann müsste ich den ja doch dafür benutzen. Dann war es einfach vielleicht die falsche Variable. Und müssen nach Pi zum Quadrat auflösen? Ja, wahrscheinlich, ne? Also darf der nicht das Ding benutzen? Dann muss der das Ding drehen. Dann ist die Frage, ob der andere in der gleichen Höhe steht, um das halt zu machen. Warte mal. Dann müsste der nämlich... Aber der kann das Ding hier nicht machen, weil da das im Weg ist. Oder muss das doch tatsächlich benutzt werden? Also der, damit ich drauf springen kann. Aber das wäre ja unlogisch. Oder gehe ich von da nach da? Weil eine andere Möglichkeit aussah, das sehe ich nicht. brauchen... Also nur mal jetzt eine Frage, Chat. Die Frage bitte beantworten. Ähm, also wenn ihr die beantworten könnt. Ist dieses Ding jetzt hier, das hier, also das, was ich jetzt gerade versuche anzuvisieren, das hier, muss das so stehen? Also nennen wir das mal Möglichkeit 1. Ist das richtig? oder ist Möglichkeit 2 das jetzt richtig? Also das ist Möglichkeit 2. Für meine Logik müsste Möglichkeit 2 richtig sein, damit ich eine Brücke baue, um rüber zu kommen. Möglichkeit 1 oder 2? Weil ich, je nachdem, von wo ich halt komme, ist die Frage, wie rum es richtig ist. Das könnte beides sein. Und VIP Alex, sei gegrüßt. Guten Abend, guten Abend. Und genau, frohes Neues auch endlich natürlich. Genau. Ich würde jetzt eher auf 2 inaktiv tippen. Das weiß ich nicht. Das ist ja die Frage, ob es jemand weiß. Weil ich weiß es nicht. Von der Logik steht es so besser, wenn man von der Mitte rüberspringen will, um sich eine Brücke zu bauen. Aber ich weiß halt auch nicht, von welcher Seite ich komme. Und die anderen? Keine Vermutung? Kein Wissen? Seid ihr vermutungs- und wissenlos? Was ist los? Was ist los, Chat? Alle planlos? Ich muss mehr Rätselspiele spielen. Okay, dann muss ich es ausprobieren. Also dann gehen wir mal davon aus, dass das ist richtig. Also, dass wir es aktivieren müssen. ups. 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 So, weil dann können wir theoretisch nach hinten. Andersrum geht's halt nicht. Ja, Frechheit, Lotrian. Hör mal auf zu arbeiten. Das geht ja jetzt nur gar nicht. Kappa. So, dann können wir den umschieben. Und den jetzt tatsächlich dann hinten wieder für die Brücke benutzen. Ja, sonst ist es halt irgendwie super unlogisch. Ach so, Quatsch. Den muss ich ja noch um, 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 Dings, ne? Mit schwarzer Windfahrt wünsche ich dir auch, mein Lieber. Ich hoffe, du bist auch gut reingeholt. Frohes Neues. Also dementsprechend das da hin. Weil ich glaube, von hier dann dran zu kommen so und den müsste ich dann nur noch umdrehen. Und theoretisch müsste das ja das Rätsel's Lösung sein. So, weil dann kann ich den jetzt hier umdrehen. Und Berserker brennt. Wünsche ich dir auch, mein Lieber. Frohes Neues dir. Äh, so. Also dementsprechend, den könnte ich jetzt da hinstellen. Und das müsste dementsprechend... Der muss... Der darf nicht aktiv sein. Also, weil das ist jetzt ja dann... Das geht ja dann nicht. Ich komme ja nicht dran. Also dementsprechend, der muss inaktiv sein. Aber dann ist die Frage, wie kriege ich diesen Pindüppel dann da hin? Dann muss ich den woanders erstmal dran bauen. Aber die Frage ist, wo? Welche Möglichkeiten habe ich? Ich habe dieses Ding. Was? Der muss ja aber deaktiv sein. Das heißt, ich müsste... Den aktivieren. Dann komme ich aber hinten nicht mehr rüber, um da drauf zu... Also, dementsprechend kann ich den hinteren einfach nirgendwo dran ballern. Und das wäre ja des Rützels Lösung. Ja, richtig. Also, ich muss den hinteren einfach gar nicht benutzen. Also, von der Logik halt her. Weil dann ist der umgedreht und ich komme einfach drauf. Richtig? Also, ich glaube, ich muss den hinteren gar nicht benutzen. Das wäre ja dann eigentlich irgendwie weird, aber okay. Weil der macht ja im Moment eigentlich mehr kaputt, als dass er nutzt. Moment mal. Ist das so? Jetzt gelange ich zum Altar. Also, warte mal. Das heißt... Wir gehen einfach gar nicht irgendwo drauf? Also, ich glaube, ich muss den hinteren einfachen. Wie, ich glaube, ich bin. Ich meine, ich werde nicht weiter. Oh, das ist so? Ich glaube, ich bin mir nicht überwächen. Ich bin mir nicht überwглиbe Ruhe. Das ist so? Oh, ich bin mir nicht überw sąd. So, was ist, wenn ich den jetzt einfach gar nicht benutze? Weil der bringt mir ja nichts. Also das heißt, die Mitte muss weg. Ich kann damit jetzt eventuell den da hinten aktivieren. Das wäre jetzt der einzige, der halt eben noch ein bisschen sinnvoll ist, wenn ich dann nochmal irgendwas anderes machen will. Aber, oder den hier vorne. Den könnte ich jetzt natürlich theoretisch auch aktivieren. Also den da. Wobei, den kann ich sogar noch nicht aktivieren. Ja, okay. Also brauchen wir den dann für da hinten. Ja, pass auf. Dann nehmen wir den. Dann lass den so. Und dann kann ich so machen. Also theoretisch bräuchten wir ihn entweder gar nicht oder für da hinten. Ist egal. Werden wir jetzt für den auswirken. So, den da hin. Der ist schon aktiv. Was? Ist der Markus umgezogen? Sieht alles anders aus? Oder warst du das letzte Mal da, Captain Awesome? Vor zwei Jahren? Und vor zwei Jahren habe ich einfach den Greenscreen weggeklappt. Warte mal. Brauche ich das denn jetzt überhaupt? Ich müsste... Also das müsste das Rätsel zur Lösung sein, eigentlich. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Schon was her. So ein bisschen. So ein bisschen. Slightly. Ich denke, weil es spiegelverkehrt ist. Hä? Das ist nicht spiegelverkehrt. Sonst könntest du die Schrift nicht lesen. Also wenn es spiegelverkehrt wäre, könntest du das da und das da nicht lesen. Und das Ding kommt dann da dran. Und das müsste jetzt eigentlich die Lösung sein. Also theoretisch. Praktisch. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht. Weil ich nämlich jetzt hier über die Mitte komme. Ja, das ist die Lösung. Ja, easy. Easy. Ich brauche jetzt einen Weg hier raus. Hunger des Hoa ziehen. Erhöht die Menge der natürlichen Herstellungsressourcen, die aus jeder Quelle erhalten. Nice. Gerade abgeschlossen. Ohne Hilfe, Jet. Boop. Booty. Dann haben wir das Moped hier auch abgeschlossen. War tatsächlich das... Achso, der Turmsprung war... Ähm... Irgendwo. Ich habe noch keine Ahnung, wo. Bei Spiegel 4 war ein Korridor. Ich weiß nicht, was Spiegel 4 ist. Bei Spiegel 4. Was war Spiegel 4? Bei Spiegel 4 war ein Korridor. Wer hier? Bei Spiegel 4 war ein Korridor. Kommt direkt nach Spiegel 3. Er weiß noch nicht, wo Spiegel 3 ist. Also ich glaube nicht hier, ne? Keine Ahnung. Hier? Ah, das könnte sein. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der beste Rätsellöser im ganzen Land? Ach da. Das ist der beste Rätsellöser. Oh, nein. Das ist der beste Rätsellねぇ. Oh, nein. Das ist weit. Muss ich einen abseilen? Ich glaube, ich muss einen abseilen. Die Frage ist, ob ich jetzt zur Kante muss oder zu dieser Kante. Ich bin aber unschlüssig. Ah, geht schon. Okay, cool. Cool, cool, cool. Tempel der Sonne. Äh, da waren wir ja gerade, ne? Also kommen wir hier wieder raus. Und in Sie, sei gegrüßt. Wobei, hier sind wir jetzt ja gerade schon einmal runtergesprungen. Die Frage ist, kommen wir da rüber? Oder zählt das jetzt doch auch von dieser Seite? Ne, wir waren aber hier, ne? Von dieser Seite. Okay. Dann machen wir ganz kurz hier raus. Und dann können wir draußen die Nebenquest weitermachen. Weil deswegen sind wir ja gestern eigentlich zufällig überhaupt erstmal hier hingekommen. Weil wir die Nebenquest machen wollten. Wo war die Nebenquest? Hm, eigentlich genau schon da. Hatte ich ihn schon verlesen? Ja. Alter, ist alles so dunkel hier. Also hier irgendwo. Ich hab nur keine Ahnung wo. Brauchen, glaub ich, noch drei oder vier Dudes? Kein Schimmer, wo. Oh Gott, das ganze Ding ist ein Labyrinth. Wer baut so was? Ich finde es einfach gar nichts. Ich bin auch schon wieder außer Reichweite. Okay, da haben wir noch was. Ah, da. Genau da. Pisco schickt mich. Wirklich? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik. Weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Ähm, welche Fremden? Sie tragen schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt. Ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Ihr habt die mitgeschrieben, Chat, ne? Ich glaube, da gibt es nachher ein Quiz zu. Hab ja gesagt, ihr passt auf, ne? Solche Rätsel löst ihr. Dafür reicht nämlich meine Aufmerksamkeitsspanne nicht. Was haben wir hier unten eigentlich noch? Ein Relikt und ein Wandgemälde. Ja, wobei, das machen wir später alles, das Einsammeln. Sehr gut, Sascha. Sehr gut. Auf euch ist Verlass. Das finde ich super. Und Dave sei auch gegrüßt. So, wir müssen jetzt theoretisch da irgendwie rum. Weil ich da, glaube ich, gerade auch reingegangen bin, oder? Na gut, gucken wir erstmal, dass wir die Dudes finden. Der müsste dann rechts von mir sein. Von Triwins sei auch gegrüßt. Guten Abend. Also theoretisch dann da. Wo immer jetzt auch hier und da ist. Wobei, hier war ich. Das ist das Ding, wo ich gerade war. Ah, das ist das Herausforderungsgrab. Hm, hier unten auch. Wie komme ich denn näher da dran? Das müsste ja aber schon fast im Herausforderungsgrab sein. Aber gut, nehmen wir vielleicht erstmal ganz kurz den anderen. Oder ist das hier? Ah ja. Ah ja. Gefunden. Hör da, kommen wir ins Match. Schlaf gut, bis morgen. Ich bin Chaska. Ich bin Laura. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein. Ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah. Nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren. Aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan. Und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe X-Chelt Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jade-Kette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene X-Chel mit meiner Weberei. Wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, ihr Schick. So, eine weitere verstoßene. Wobei interessant ist, dass sie hier direkt ein Leuchtfeuer hingebaut haben. Aber okay. Passt schon. Und Gamecookie, sei auch gegrüßt, mein Lieber. Moin. Und frohes Neues, falls wir noch nicht hatten. Ähm, jetzt ist die Frage. Jetzt müssen wir zu dem dann noch. Okay. Der ist ja eigentlich geradeaus, ne? Einfach nur geradeaus am Markt entlang. von Jennifer Lawrence. Kenne ich leider nicht. Da muss ich passen. Ähm, ja, hier irgendwo auf dem Marktplatz. Naja. Weißes Wasserschwein. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ichik. Eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen. Alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen. Nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine. Alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du's gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ichik. So, jetzt fehlt mir noch ein Verstoßener. Aber der wird nicht auf der Karte angezeigt. Wer war denn aber, ähm... Wer war denn aber Jennifer Lawrence? Ist die nicht blond? Wo war die denn in Don't Look Up? Nee, die anderen Filme habe ich tatsächlich nicht wirklich gesehen. Ähm, also hier Tribute von Panem. Oder hast du nicht gesehen? Das ist... Das habe ich nicht gesehen. Don't Look Up habe ich gesehen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer Jennifer Lawrence war. Und wo ist der letzte Verstoßene? Das ist eher... Ja, vielleicht hier hinten, ne? Ah, jetzt wird er auch angezeigt. Ich bin auch komplett dumm. Ey, wo ist der? Der wird nicht angezeigt. Grüner Kreis auf der Web plötzlich. Der ist okay. Oh Gott, ey. Manchmal... Der war gerade... War der gerade auch schon da? X-Men eventuell? Habe ich auch nicht gesehen. Was? Rogue? Habe ich auch nicht gesehen. Was ist ein Rogue? War das so gegen Leo, Stefan? Stell dich mal in die Ecke. Ich habe ihn geguckt, weil Leo mitspielt. Ja, rechts von mir. Ja, gut. Quatschi, quatschi machen. Mitschreiben könnte wichtig sein. Ich glaube, wir haben... Keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimac? Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimac? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimac. Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Zusammen, Stefan, was ist mit dir? Ich halte DiCaprio für einen der talentiertesten Spieler, der Spieler, Schauspieler, die im Moment so in der Generation halt rumkreucht und fleucht. Also mit Stefan über Filme reden? Nee. Ah, hier ist der Dietrich! Hier ist der Dietrich und das Aufstiegswerkzeug. Ja, lol. Jetzt muss ich noch erstmal irgendwas verkaufen. Ein bisschen Golderz. Äh, ja, verkaufen. Alles. Weg. Viel Spaß damit. Ein bisschen Jade. Äh, verkaufen. Danke. Jetzt haben wir 2,9. Ähm, die Frage ist, ob ich, äh, das irgendwie hinbekomme. Also den Dietrich kann ich auf jeden Fall... Der ist aber tatsächlich dauerhaft, der Dietrich, ja? Keine Ahnung, ich glaube, mit Filmen kann ich nur mit Sascha reden oder so. Der Rest ist halt, äh, puh, schwierig. Hahaha, schwierig hier. Der eine kennt gar keine Filme, der andere guckt nur Ovo-Boll-Filme. Alter Schwede, ey. Popkultur, äh, not found. Auf jeden Fall, Sascha. Weil DiCaprio auch dabei war. Ha! Das ist... Also ich glaube, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und könnte behaupten, ich kenne nicht wirklich einen richtigen, schlechten Film mit DiCaprio. Oder? Ah, Filuria auch noch, okay. Okay, dann nehmen wir Filuria noch in unseren, äh, Film-Podcast mit auf. Ja, dann kaufe ich erstmal hier das Mopeds. Und dann 3.300 für das Aufstiegswerkzeug. Äh, das kriege ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr hin, oder? Hm, ich glaube, das wird ein bisschen viel. Na ja, okay. Ich fand der Tenet gut. Ja, tatsächlich. Ich meine, es ist ein Popkultur-Phänomen. Alleine, halt alles. Alles halt. So, okay, also merken wir uns 3.300 für das Aufstiegswerkzeug bei der Händlerin und die ist hier an der Kante. Notiert euch das mal hier an der Kante, Brücke, Kante, Händlerin, weil die wird leider nicht angezeigt auf der Map. Da können wir das Aufstiegswerkzeug holen. Dann kann ich mir das als nächstes halt zusammen sparen. Äh, weil lustigerweise, die Händler hier werden nämlich angezeigt, aber die halt nicht. Und dann können wir nämlich jetzt auch diese Kisten hier, glaube ich, öffnen. Ähm, weil ich glaube, das müsste die erste gewesen sein. Warte mal, da können wir mal einen Kurs hinsetzen und mal gucken, ob das stimmt. Und dann können wir nämlich die Nebenquests gleich weitermachen. Ich habe, glaube ich, letzten, also im ersten Durchgang diesen Dietrich nie gehabt oder so und habe diese Kisten, glaube ich, nie geöffnet. sooo. Jetzt könnte man ja mal spaßeshalber fragen, Stefan, welche Schauspieler magst du denn, wenn du Leonardo DiCaprio nicht magst? Ich hatte ein bisschen Angst vor der Antwort. Oh, da vorne sehe ich noch einen Schatz. Ja, aber ich hole mir mal erstmal den, weil den sehe ich gerade blinken. Ich muss hier irgendwie rumschwimmen, da waren wir ja schon drin, weil man wollte ja den Eingang hier von dem Ding. War hier hinten irgendwo, ne? Ich bin ja mal gespannt, was hier drin ist. Hallo? Hallo? Ich habe gedrückt. Ich ersaufe. Jetzt mach auf das Ding. Ach, ich muss halten. Ach so, sagt er doch. Okay, das war jetzt ja ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, da ist irgendwas cooles drin. Also. Ich habe den Video- Ich habe den Video- ich habe den Video- und vielleicht mal Ist doch hart langweilig. Morrigan, du bist auch raus. Morrigan, du bist auch raus. Puh. Die Rothaarige? Da war eine Rothaarige bei? Echt jetzt? Die ist mir nicht aufgefallen. So, dann können wir die Quest abgeben. Die war Rothaarig? War die nämlich schwarzhaarig? Ach was. Aber dann muss ich wieder nach oben. War die wirklich Rothaarig? Äh, wo muss ich denn hin? Einfach geradeaus weiter. Weiter. So, jetzt kommt wahrscheinlich ein Quiz. Hast du schon mit ihnen gesprochen oder nicht? Ja, hab ich. Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patouille-Spieler, den Patiti je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich hab gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moreka, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Patiti häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Patiti sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Also ich weiß halt nicht, ob wir auch generisch tatsächlich gleich definieren würden. Aber das würde mir nicht bei DiCaprio einfallen. Ob man ihn jetzt mag oder nicht, sei jetzt mal Realtalk dahingestellt. Aber generisch würde ich das nicht nennen. Also was mir bei generisch einfallen würde an Schauspielern, wäre tatsächlich, einer wurde sogar genannt, Keanu Reeves. Keanu Reeves ist Keanu Reeves. Und Nicolas Cage ist Nicolas Cage. Und meinetwegen auch Harrison Ford ist Harrison Ford. Was zwar kommerziell ein sehr erfolgreicher Schauspieler war Harrison Ford, aber er ist in dem Sinne nicht ein sehr guter Schauspieler. Irgendwie. Also er ist irgendwie sympathisch, genau wie meinetwegen auch Keanu Reeves. Aber die Filme sind halt generisch, das Fuck halt von denen. Und das kann ich jetzt halt bei DiCaprio halt nicht sagen. Und das kann ich jetzt auch mal sehen. Und das kann ich jetzt auch mal sehen. Der einzige, der mir wirklich auch im Gedächtnis geblieben ist, ist Schindlers Liste. Die anderen Filme kann ich nicht beurteilen. Und Schindlers Liste war okay. Also, okay ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich sagen will. Und wie gesagt, was ich bei Keanu Reeves ja sogar lustig finde, er macht sich ja noch nicht mehr die Mühe, mal mehr anders auszusehen als John Wick. Also, dementsprechend, in Matrix sieht er jetzt ja nur auch aus wie John Wick. Er ist halt einfach überall John Wick. Es ist halt einfach Keanu Reeves. Das ist halt, keine Ahnung. Früher hat er ja noch mal ein bisschen zumindest sich Mühe gegeben. Mittlerweile halt nicht mehr. Das ist schwierig. Und mir fallen halt so viele verschiedene Filme halt von DiCaprio ein. Also, es ist halt Wahnsinn. Keine Ahnung. Egal, ob das jetzt, sage ich mal, Gangsterfilme in Stile von Gangs of New York oder Gatsby, Aviator, Inception. Keine Ahnung. Halt alles Mögliche. Romeo und Juliet. Klar, Titanic war auch dabei. Also, der hat halt so vieles Verschiedenes halt gemacht. Und da haben wir noch mal, nicht mal Revenant halt jetzt dazu gezählt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, dann gehen wir mal ab. Jason Zedem ist auch super generisch. Klar, Testo, klar. So, Holz bin ich mittlerweile wieder voll. Was war das jetzt hier eigentlich? Wandgemälde und Dokumente. Die müssten da sein. Da? Und dann links von mir. Ach, da. Dokumente da auch noch drin sein. Müsste ja hier sein. Irgendwo. Nicht auf dem Markt, ne? Na ja, rechts davon. Gott, das ist alles hier so verschachtelt. Jetzt in meine Blickrichtung. Hat aber einer von euch die jüngeren oder letzteren Guy Ritchie Filme gesehen? Weil nach dem ersten Guy Ritchie Film war ich eigentlich auch ziemlich Guy Ritchie gehypt. Dann kam nur leider Madonna. Und dann fand ich Guy Ritchie ein bisschen doof. Und dann habe ich Guy Ritchie nicht mehr geguckt. Und ich habe festgestellt, er hat doch wieder einige Filme in der letzten Nacht Madonna rausgebracht, die ich noch nicht gesehen habe. Lohnt es sich, die Filme noch zu gucken? Die neueren? Ah, das war das Ding. Okay. Lohnt sich. Okay. Dann müsste ich die mal nachholen. Weil die habe ich nämlich dann nicht mehr hier... Wie hieß denn der Film mit Madonna? Swept away oder so? Ja. Den, ne. Da war ich ein bisschen enttäuscht von Guy Ritchie. Aber die ersten fand ich halt echt mega stark. Also Lock, Stock and Two Smoking Barrels und Snatch halt. Die fand ich halt richtig gut. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, hier monolig jetzt schon, Stefan. Cashwork fandest du gut? Ja, wie hieß der andere? Irgendwie The Gentleman oder so? Ähm, den habe ich auch noch nicht gesehen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Ah. Das müsste ja dann wahrscheinlich da am Wasserfall sein. Maybe. I said maybe. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, das ist dunkel hier unten. Sag mal, woran liegt das Chat, dass ich bei Tom Hardy immer an einen Wrestler denke? Ist der Wrestler? Oder gibt es auch einen Wrestler, der Tom Hardy heißt? Irgendwie denke ich bei Tom Hardy immer an einen Wrestler. Und im Prinzip gucke ich keine Filme, wo Wrestler mitspielen. Das will ich einfach nicht sehen. Ha. Ha. Matt und Jeff Hardy. Okay, aber die haben da nichts damit zu tun. Alles klar. Okay. Okay. Oh. Okay, dann ist das nicht hier. Oder es sieht aber so aus, als ob man hier rein könnte. Aber ist da ja eine optische Tauschung, glaube ich. Oder ist das doch hier? Nein. Also auf jeden Fall verpasst, Dave. Er wurde am Anfang tatsächlich mehr oder minder so in dieser Szene gehandelt. Nach den ersten ein, zwei Filmen, wie halt damals Tarantino oder Kevin Smith oder so. Wobei tatsächlich der Einzige, der halt wirklich konstant halt quasi weitergearbeitet hat, von den drei genannten mehr oder minder Tarantino halt war. Und dann hat er halt, ach da ist es, Guy Ritchie halt den Einbruch, weil er mit Madonna zusammengekommen ist. Und Kevin Smith, weiß ich nicht, was mit Kevin Smith falsch gelaufen ist. Also der hat dann aber auch nachgelassen. I don't know. Das heißt, du hast nie einen Film mit Daphne Johnson gesehen? Wer ist denn Daphne Johnson? Wer ist das? Und was hat er für Filme gemacht? So, wo geht's denn hier hin? Alter, ich sehe gar nichts. Okay, da geht's anscheinend, aber auch nicht weiter. Okay, das verwirrt mich, weil eigentlich müsste es ja hier weitergehen, oder? Oder nicht? Aber irgendwie geht's hier nicht weiter. Also, hä? Okay, ich habe ein sinnloses Loch gefunden. Oder ich erkenne den Sinn noch nicht. Ja, genau, das, Philoria. Keine Ahnung. Vielleicht, als er angefangen hat, die Filme mit Ben Affleck weiterzumachen. Also so Gone Girl oder was weiß ich. Wobei Gone Girl sogar noch eigentlich ging. Aber er hat sich dann irgendwie auf Ben Affleck versteift. War jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung, in Hollywood auf Ben Affleck zu setzen. Aber ja, gut. Wer weiß es nicht? Ja, und welche Filme waren das jetzt? Dann kann ich sagen, ob ich die gesehen habe. Also, ich glaube, ich muss auf diesen Baum, weil da oben war auch noch was. Hier ist sogar noch ein Lager. Gone Girl, der war von David Fitcher? Äh, nee, der meine ich nicht Gone Girl. Ähm, wobei der war auch, glaube ich, mit Ben Affleck lustigerweise. Den meinte ich dann aber nicht. Ich meinte den, wie hieß denn der mit? Ähm... Das war auch eine Beziehungskiste mit Ben Affleck von Kevin Smith. War aber auch, ähm, auch was mit Girl. Lol, fällt mir jetzt erst auf, dass der dann zwei ähnliche Titel hatte mit Gone Girl. Was? Nee, nee, was Chasing Amy? Nein, nicht Chasing Amy. Wie hieß denn der? Oder war es Chasing Amy? Kann sein, dass ich denn jetzt wirklich die Sachen durcheinander haue. Ja, es kann auch Chasing Amy gewesen sein. Äh, zwei Fähigkeitenpunkte. Äh, ich weiter nochmal bis zum dritten. Ja, siehste, Ben Affleck-Filme bleiben, die kriegst du gar nicht aus dem Gedächtnis raus. Schlimm, ey. Ja gut, die hatten ja überall quasi ihre Cameos. Jersey Girl meinte ich. Dankeschön. Dann war es nicht Gone Girl, sondern Jersey Girl. Danke, nicht Chasing Amy. Danke, dann war es Jersey Girl. Ähm, genau. Dann hatte er lustigerweise einen Film. Er hatte halt Jersey Girl und Gone Girl. Ben Affleck. Was ist denn mit Ben Affleck falsch? Und Waterway sei gegrüßt. Aber keiner sagt jetzt hier irgendwelche Filme mit dem Dude. Also, den ich kennen soll. Oder nicht kennen soll. Also, ich behaupte jetzt mal nein. Beweis mir das Gegenteil. Ja, hier Daphne Johnson. Ich, ich kenne ihn nicht. Also, zumindest nicht bewusst. Während einer Erbitte... Nein, wollte ich nicht. Sind das jetzt die Filme? Achso, nee. Das sind, äh... Witcher Wolf beantwortet auf Victor über Komödien. Sonst hätte ich nämlich gesagt, von den Filmen, die jetzt Witcher Wolf genannt hat, habe ich vielleicht nur die State of Play gesehen. Aber da ist die Frage, welche State of Play? Also, eine State of Play habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, ob er dabei war. Achso, oder ob wir jetzt mittlerweile aneinander vorbeireden. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht so sicher. Ähm, habe ich jetzt das Ding gesammelt? Weil theoretisch müsste hier hinten jetzt auch was sein. Aber wie komme ich denn hier weiter? Weil hier ist jetzt ja zu. Die Bims verwirrt. Hä? 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 Komm ich hier irgendwie rein? Weil irgendwie auch nicht, ne? Ich bin verwirrt. Okay, das funktioniert also schon mal nicht. Ähm, wie komme ich denn darüber? Und wo geht's hier weiter? Weil theoretisch hier eigentlich... Hier. Also zumindest auch nach Karte. Weil da sollte ein Weg sein. Außer ich muss von woanders kommen, aber... Keine Ahnung. Später oder so. Das ist der ARC-2-Dude. Ja, aber ARC-2 ist ja noch nicht draußen. Hä? Aber ist der ARC-2-Dude... Also macht da Daphne Johnson und Vin Diesel mit? Ich bin verwirrt. Was ist jetzt mit ARC? Was? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, von... Also Vin Diesel kenne ich. Da habe ich zumindest schon mal ein, zwei Filme gesehen. Auch wenn ich die vielleicht nicht hätte sehen wollen. Was habe ich gesehen? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es Passwort Swordfish und Triple X. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Vin Diesel Film gesehen habe. Doch, ich glaube vielleicht noch Riddick. Zumindest den ersten. Ich glaube aber mehr Vin Diesel Filme habe ich auch nicht gesehen. Vielleicht noch den ersten Fast and the Furious. Und dann wird es eng. Dann müsste ich überlegen, was ich mit dem noch gesehen habe. Weil ich ihn da schon in diesem Film nicht unbedingt großes schauspielerisches Talent attestiert habe. Und nicht mehr sehen wollte. Aber dann weiß ich es nicht mehr. Aber den anderen kenne ich nicht. Passwort Swordfish ist falsch. Ich weiß es nicht. Hat er da nicht mitgespielt, Desk? War er da nicht mit? Hätte ich jetzt gesagt. Aber ich bin nicht sicher. Ist schon so ewig her. In den Swordfish war der echt nicht? Wer war denn in den Swordfish? Müsste ich mal gucken. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jackman und Travolta war Passwort Swordfish? Echt? Travolta hatte irgendwie viele Filme. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist lustig. Ihr beantwortet halt meine Frage nicht. Also entweder ist der Typ, den ihr da erfunden habt, ein Meme. Der ja noch nicht mal Schauspieler ist. Oder ihr könnt echt keine Filme von dem nennen. Das ist jetzt ja nicht so schwierig. Einfach zu sagen, er hat da mitgespielt. Dass ich sagen kann, ja kenne ich oder kenne ich nicht. Aber ja. Nun. Nee, ich glaube nicht. Weil. Und mit Hugh Jackman habe ich ehrlich gesagt auch nicht viele Filme gesehen. Ich überlege gerade, wo drin ich Hugh Jackman gesehen habe. Ja gut, anscheinend Passwort Swordfish. Aber da kann ich mich noch nicht mal dran erinnern. Hier, den Dings Film habe ich nicht gesehen. The Greatest Showman ist da mit dabei. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Den wollte ich nochmal gucken. Aber ansonsten, was habe ich mit Hugh Jackman gesehen? Ich weiß es nicht. Der hat den Jumanji mitgespielt? Den mit Robin Williams? Den habe ich irgendwann mal gesehen. Aber wie alt ist denn der Film? Der ist auch schon 30 Jahre her. Ich gehe mal erstmal zur Quest. Jumanji wurde neu verfilmt. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe das Original gesehen. Red Notice? Ich weiß es nicht. Ich kenne den nicht. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. So, damit, dass ich jetzt keiner sagen kann, öffne ich mal IMDb. IMDb.com So. Wie schreibt er sich? Ich habe keine Ahnung, wie der sich schreibt. Alleine für den Namen... Dwine... Dwiney... 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 Johnson. Hä? Ach der! Das ist doch der Catcher! Ja, gut, beim Catchen habe ich ihn mal gesehen. So. Was habe ich denn davon gesehen? Was? Es gibt schon wieder eine Neuvorfilmung von Big Trouble in Little China, wo er mitspielt. Ja, habe ich gesehen, das Original. Doc Savage, San Andreas, klingt irgendwie wie ein GTA-Film. The King, Red One, Black Adam, DC League of Super Pets, Young Rock, Fortnite Chapter 3, Red Notice, Free Guide, Jungle Cruise, Black Adam, Taylor Swift, Jumanji, Fortnite Chapter 2, Ballas, WWE Smackdown vs. War, Fast and Furious, irgendein Teil, den ich aber nicht gesehen habe, Fighting with my Family, After Hours with Josh Dingsbum, Skyscraper, Rampage, Jumanji, WWE Storytime, Baywatch, nicht das Original, wobei er anscheinend Mitch Buchanan spielt, also David Hasselhoff, das Original habe ich gesehen, also die Serie, aber nicht den Film. Fast and Furious 8, es gibt mittlerweile 8 Teile davon, what the hell ey. Central Intelligence, Gem and the Holograms, Saturday Night, San Andreas, Fast and Furious 7, Hercules, irgendwas, keine Ahnung, WrestleMania, WrestleMania, Fast and Furious, Bane, Empire State, G.I. Joe, Snitch, ein riskanter Deal, Class Time, WrestleMania, die Reise zur garmessvollen Insel, Fast and Furious 5, WrestleMania, Dwayne Jock, Transformers, Faster, du schon wieder, die etwas anderen Cops. Auch Liebe macht mal Ferien 2, Zahnfee auf Bewährung, Family Guy, Planet 51, Setter the Nightlife, die Jagd zum magischen Berg, Get Smart, Daddy ohne Plan, Hannah Montana, Spiele auf Bewährung, South Tales, Doom der Film, Be Cool, mehr Wrestling, Walking Tall, Welcome to the Jungle, WrestleMania, Best of WWF, SummerSlam, The Scorpion King, Longshot, Die Mumie kehrt zurück. Gut, Die Mumie kehrt zurück, wenn es der zweite Teil des Originals ist, mit, ich habe vergessen, wie die Originalschauspieler aus den ersten beiden Mumienfilme hießen, habe ich Die Mumie kehrt zurückgeguckt. Wenn das der zweite Teil der Mumie ist. Ich habe vergessen, wer da damals mitgespielt hat. Mehr WrestleMania, Method Man. Irgendwo hat der in Raumschluss Voyager mitgespielt, keine Ahnung. In irgendeiner Folge, in einer Folge von 2000, kann ich mich nicht daran erinnern. Mehr Wrestling, das Netz, die wilden 70er, Best of Raw, Best of Raw, WrestleMania, ja, okay. Also ich kenne den vielleicht in einem Film, Die Mumie 2. Also ich kenne den Typ nicht. Muss ich den kennen? Und nicht einen Film davon habe ich gesehen. Also außer die Mumie 2. Also scheint nicht mein Schauspieler Mensch zu sein, falls man überhaupt einen Catcher Schauspieler nennen darf. Aber okay. Brandon Frazier. Dankeschön, Fabi. Genau, genau. Brandon Frazier, Die Mumien, habe ich gesehen. Weil mittlerweile, glaube ich, gibt es ja auch wieder eine Neuverfilmung, glaube ich, mit Tom Cruise, oder? Auch die habe ich nicht gesehen. Nein, ich bin nicht ignorant. Ich bin, ähm, wie nenne ich das jetzt? Selektiv-Kritisch, ja? Und ich sehe, glaube ich, den dann nicht als Schauspieler. Also, das ist halt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, die nächste Krönung ist einfach, wenn sie auf die Idee kommen, plötzlich irgendwelche Streamer als Schauspieler zu nehmen. Und dann hast du halt irgendwann Ninja, der auf dem Nakatomi Plaza steht und, ähm, Witze mit Pizza macht oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt schwierig. Das ist nicht derzeit der bestbezahlteste Schauspieler, den Hollywood hat. Ähm, ich weiß nicht, wie man bestbezahlt definiert. Was ich zumindest aus meinem Popkulturwissen sagen kann, ähm, dass lange Zeit, wenn man das gar nicht glauben mag, zumindest mit dem meisten generierten Einkommen, nenne ich es jetzt mal so, das ist wahrscheinlich das, was die Formulierung am besten trifft, lustigerweise Harrison Ford war. Denn Harrison Ford hatte nämlich damals zu seiner Zeit gar keine hohe Gage verlangt für Star Wars und Indiana Jones. Und der Dude war damals so clever und hat einfach, äh, prozentuale Gewinnbeteiligungen gemacht in seinen Verträgen. Das war damals wohl super unüblich. Und er hat das damals halt gemacht. Und damit ist er tatsächlich der meistverdienendste Schauspieler zumindest sehr lange Zeit gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile gewechselt hat. Ähm, aber zumindestens so bis zu den 2000ern war der, der bestverdienteste, ähm, mit dem meisten Einkommen. Einfach, weil der quasi über, ich nenne es jetzt mal so eine Art Tantiemen-System, super viel halt verdient hat. Er war halt damals halt clever. So. Jetzt haben wir die Nebenquest abgeschlossen. Aber jetzt kommen wir irgendwie zur Hauptquest. Lol. Auch wenn man sich hier mit seinen, was, die Filme hat, wenn man sich mit den Fernsehenden mit Filmen der letzten 10 Jahre beschäftigt hat, hat man den Namen im 100% schon mal mitgekriegt. Also ohne Witz. Also ad hoc könnte ich nicht sagen, ob einer dieser Filme, abgesehen mal davon, wenn ich vielleicht die Goldene Himbeere schauen würde, irgendwie ansatzweise bei den Globes oder den Academy Awards irgendwo in irgendeiner Weise nominiert war, Sascha. Und das ist halt das, was ich zum Beispiel halt gucke. Ähm. I guess not. Weil das, äh, ohne jetzt jemandem nahe zu treten wollen, ist halt, glaube ich, einfach dann triviales Popcorn-Kino. Äh, da drüben sich auch noch was. Naja, ist ja bei mir so, Witcher Wolf. Ist ja bei mir so. Also tatsächlich, jetzt weißt du, was halt eher so mein Filmgeschmack halt ist. Und dass halt sowas halt nicht mein Filmgeschmack ist. Also dementsprechend, äh, ja, gucke ich diese Filme halt eher super selten. Und wie gesagt, ähm, deswegen kenne ich den halt wirklich nicht. Also außer vielleicht als aus der Mumie, wenn er der Scorpion King war, was dann halt so war. So, wo muss ich denn hin? Äh, da hin. Ich habe auch nicht wirklich viel von den Marvel-Klamotten gesehen. Also auch das, äh, bestätigt halt das, was ich halt sage. Ich habe halt von Marvel zwei Avengers-Filme halt gesehen. Ich habe Iron Man gesehen, weil ich, äh, Robert Downey Jr. mag. Und ich habe die Spider-Man-Filme halt gesehen, weil ich halt Spider-Man, den Char, beziehungsweise, ähm, Tom Holland, als ich nenne ihn jetzt mal Jung- oder Nachwuchs-Schauspieler interessant finde. Ähm, das sind die einzigen Marvel-Filme, die ich gesehen habe. Ich habe halt nicht jeden Marvel-Film gesehen, weil die mich auch absolut null interessieren. Und, ähm, wie hat auch dieses, äh, andere hier, X-Men-Gedöns, habe ich auch nix von gesehen. Ich habe kein, ich habe bis heute keinen einzigen Transformer-Film gesehen. Ich habe ein Fast and Furious gesehen. Keine Ahnung, ist halt nicht so unbedingt, glaube ich, meins. Wie gesagt, und auch die, äh, Richtung der Regisseure, wobei das dann halt eine andere Richtung halt ist, ähm, wie halt am Anfang Guy Ritchie halt war, ähm, beziehungsweise Kevin Smith oder auch am Anfang halt Tarantino. Ich weiß nicht, wie man diese Art, dieser Filme halt bezeichnet, ähm, aber das ist ja in dem Sinne auch jetzt nicht am Anfang Mainstream-Hollywood halt gewesen. Der hat mich nicht gesehen, kann ich nix so sagen, Witcher. So, da lang, genau. Jetzt sind wir nämlich da. Äh, ich kann nochmal ganz kurz eben nach den Skill-Punkten gucken. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür kenne ich dann tatsächlich eher solche Filme wie von Lars von Trier. Dogma zum Beispiel. Weiß ich nicht, wer den gesehen hat. Ähm, naja, da ist das, was ich bekommen habe, genau. So, das war mein Ding. Ähm, Skill-Punkte, Skill-Punkte, Skill-Punkte. Habe ich noch einen dazu bekommen? Oder gucke ich mal, was ich mit zwei machen kann? Nee, ja, doch, ich habe drei. Perfekt. Was wollte ich skillen? Ich habe es vergessen. Ähm, Effektivität, Bogen schießen, das hatte ich noch genommen. Unter Wasseratmung, ne? Das wäre ein Fähigkeiten-Punkt. Hier wäre, sie können unter Wasser die Luft länger, dann lass das nehmen. und das mitnehmen. Genau. So, jetzt muss ich Pipi. So. Pipi. Ah. Ь sherale, Herrular, der ist ja auch ein Fähigkeiten, นน Zentrum, das ist auch ein Fähigkeiten. Ja. So, ich bin in. Wir haben ja auch ein Fähigkeiten, im Moment. Die Luft ist wohl auch ein Fähigkeiten, Hier bin ich auch ein Fähigkeiten, in meiner Gütenn. und bin ich auch ein Fähigkeiten, innerkigierender Bogen. Ja, mein Gott. Ich bin in. Das ist ja auch ein Fähigkeiten, ich bin. Da bin ich immer im Ehreif. Und ich bin, bin ich in. Ich bin. Ein Fähigkeiten. Amen. Und Dreh. Ja, war gut, Tesso. Wir waren am Donnerstag vor Silvester halt drin. War sehr, sehr geil. Dafür, lustigerweise, von den Leuten, die jetzt halt hier anwesend waren, kannte zum Beispiel keiner den Film True Roans. Also quasi der 0. Film, also vor Reservoir Dogs von Quentin Tarantino, beziehungsweise sein Screenplay davon. Von Tony Scott halt. Sehr cooler Film. Hätten wir eigentlich gucken sollen. Habe ich Ridley gesagt? Tony. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ich Ridley gesagt habe. Tony Scott, klar. Ja, weil ich sie dir gezeigt habe, du Dödel. Nein, ich will den Nut. Ich will den Nut. Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es? Außerhalb von Paititi. Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich da hin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Hm. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Nein, ich will den Nut. Lass mir den Nut. Danke. Und das sind halt, weiß ich nicht, dann halt solche Filme, wobei ich noch nicht mal weiß, wie ich diese Art dieser Filme beschreiben soll, ob es dafür halt einen Namen halt gibt. Ähm, diese Art gucke ich halt echt sehr gerne. Und, ähm... Ja, oder halt irgendwas, keine Ahnung. Sowas wie The King's Speech oder Black Swan oder sowas halt, keine Ahnung. Wo geht's denn da oben hin? Da steht gerade irgendwas mit Condor. Und zum Thema Bekanntheitsgrad, ähm, dass diese, aufgrund der Popularität man jemanden kennen müsste, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, bin ich da dann auch ignorant, wenn es mich nicht interessiert, dass ich davon echt wenig mitbekomme. Ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, gerade auch aus dem Musikbusiness, es wird wahrscheinlich ganz, ganz viele, ähm, Rapper oder Musiker geben, die mittlerweile super reich sind. Ich kenn die nicht. Ich kenn wahrscheinlich kein Lied von denen und ich kann die wirklich nicht großartig zuordnen. Ähm, weil es mich in dem dann auch nicht wirklich interessiert. Wie gesagt, diese gesamte Rap-Szene ist halt nicht meins. Von daher kann ich da leider nicht mitreden. Also dementsprechend, da bin ich raus. Und hätte der eine Dude nicht eine Kooperation mit, mit Adidas gemacht für, für, für die Schuhe, ähm, würde ich den bis heute literally nicht kennen. Also ich kenne ihn nur, weil er quasi die Yeezys erfunden hat. Und nicht einmal für die Musik. Also, das jetzt so als Beispiel. Und da gibt's wahrscheinlich noch zig andere, die als sehr bekannt und erfolgreich sind und Multimilliardäre oder Millionäre. Kann ich nicht zuordnen. Ich kenn wahrscheinlich nie ein Lied von denen. Wenn sie Schuhe machen würden, okay. Weil für Schuhe interessier ich mich halt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Kondoreier waren, die ich jetzt gelootet habe. Aber ich glaube, ja. So, dann einmal nach unten. Ich weiß noch nicht mal, was der macht, äh, Testo. Also, kann ich dir nicht sagen. Von daher würde ich sagen, nein. Sagt mir auch nichts, Richard. Sagt mir auch nichts. In letzter Zeit habe ich nicht so viele Filme geguckt. Wobei die letzte Zeit schon ein paar Jährchen umfasst. Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ähm, da lang. Ja, das ist ein Fortnite, das habe ich ja gerade gelesen. Aber da ich kein Fortnite spiele, weiß ich das nicht. Was soll ich das wissen? Hm. Okay. Allein sei gegrüßt. Guten Abend. Oh, ich glaube, wir wollen mal einen abseilen, ne? Ja, so ein Filmquiz, kennt jemand ein gutes Filmquiz? Würde ich echt mal gerne machen. Würde ich echt mal gerne machen. Das wäre cool. Hätte ich Bock drauf. Ist der nach unten? Oder ist hier unten tot? Hm, ich glaube, da unten ist tot. Schon wieder ein Fertigkeitenpunkt? Alter, wie schnell ich hier diese Fertigkeitenpunkte bekomme. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Geht's denn weiter? Aber besser, wie komme ich hier wieder raus? Liquid Race jetzt einfach gewissen. Moin! Aber Jumanji hätte ich zum Beispiel mitbekommen können, weil Jack Black mitspielt. Äh, ne. Habe ich tatsächlich nicht. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Weil ich auch wiederum nicht so der Fan bin von Neuverfilmung irgendwie. Keine Ahnung. Ähm. Ist nicht so meins. Dadurch. Ich habe Fortnite gespielt, als es den Battle Royale Modus noch nicht gab, Lucifer. Also tatsächlich das eher Singleplayer Spiel. Stinkt es. Das muss der Ort sein, den Edsley meinte. Äh, okay. Im Moment tatsächlich nicht. Ich hatte früher, ähm, super viele, theoretisch vielleicht jemand Interesse. Äh, ich habe bestimmt 20 Jahre die Cinema gehabt. Unter anderem. Ähm, als das noch nicht so mit dem Internet zwar. Ähm, die hätte ich abonniert. Deswegen habe ich, glaube ich, 20 Jahrgänge noch auf meinem Dach. Also besser auf dem Dachboden meiner Eltern der Cinema halt liegen. Will die jemand haben? Hm. Ähm, davon ab halt Internet, beziehungsweise IMDb. Just Watch. Ähm, keine Ahnung. Und, ähm, wie kriegt man es halt mit? Ja, über das Internet irgendwie. Über die Seiten halt. Und wie gesagt, ich bin halt eher der auswählt nach, ähm, Regisseuren oder Schauspielern. Und dann natürlich halt eben die Watch-Shows. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Also ich sehe nicht, wo ich hin soll. Das macht gerade ein bisschen problematisch. Achso, hier rüber. Alles klar. Okay. Wartet. Mh, lecker. Da fallen Menschen runter. Okay. Muss ich nach rechts oder nach links? Bin ich sicher. Will schon passen irgendwie. Haa. Hohohoho. Okay, keine Hektik. Okay. Ja, genau. Genau, Witcher. Genau. Du schaffst das. Okay. Okay. Ohne Kopf. Verstehe ich. Ja. Achso, ja, und früher war ich tatsächlich auch noch in diesen vielleicht kennt es der eine oder andere von euch noch, gibt es heute vielleicht nicht mehr in sogenannten Foren aktiv, sehr aktiv unter anderem mit Community-Treffens in besagten Serien Filmforen ja, Heimkino Beamer und so und hatte dann sogar mein eigenes Forum über das wir jetzt aber nicht mal reden weil es auch nicht mehr super aktiv ist aber ja, ich hatte auch mein eigenes Forum, was dann aktiv war wo man sich dann mit Gleichgesinnten halt darüber dann austauschen kann und konnte Kennt euch jemand Foren? Alter, ist das dunkel Alter, ist das dunkel und eklig ich Ist das einer der Rebellen? Ja, kennt ja kaum heute fast noch einer. Irgendwelche Foren. Psst. Sei still. Psst. Mehr sag mal da nicht zu. Kopf der Schlange. Nicht nur Soundtracks rückwärts erwähnen, auch ob das in den links oder rechts... Ja, sowas, sowas, nein, sowas meine ich halt nicht als Quiz. Halt eher, was weiß ich halt, wer, wo, wann, wie, was oder so. Okay, was macht das? Ja, ist okay, Lara. Was macht das? Okay, was macht das? Das macht irgendwie das Ding auf. Aber dann passiert nichts. Okay. Ja, gut, aber das ist halt... Das ist halt eine ganz andere Form von Hobby-Ward, right? Das ist eine ganz andere Form von Hobby. Voller Öl und Blut. Wann das Öl brennbar wäre. So. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Jo, kann man halt doch mal, ne? Okay, dann müssen wir hier auch wieder irgendwie ölen. Und Elrond, auch schon lange nicht mehr gesehen. Groß Neues. Und Dankeschön für acht Monate, mein Lieber. Sei gegrüßt. Hallöchen. Na, wie geht's dir? Booth. Booth. Keine Ahnung, was ich tue. Ich tue es mal. Okay, es geht also nicht um Aufwickeln. Aber es geht halt unendlich. Schwer. Ist das jetzt richtig? Also ich gehe mal davon aus, das kommt dann irgendwie dahin. dreht sich durch die Dinge hier und das geht dann irgendwie dahin. So irgendwie. Ich hab keine Ahnung. Wir testen das mal. Ich muss die Spuren ausrichten. Ja, ja. Hab ich getan. Äh. Da kann ich erstmal dran ziehen. Ist doch einfacher. Ah ja. Also muss ich erstmal da gucken. Oder hier. Achso, jetzt ist es weg. LOL. Na, ist auch nicht richtig. Okay. Die Frage ist, ob ich beide gleichzeitig überhaupt ausrichten kann. Oder nicht. Äh. Ist auch falsch. Also das ist eher das. Wobei das sieht gar nicht mal falsch aus. Das sieht falsch aus. Ichуйте also auf, was ich natürlich auch schon mit mir selbstском. Wofürλ mutig ist es nicht, execut質 zu einem Schmerzhang. Oh, ja. Oh, nein. Schön. Oh, nein. Wir haben gern! bone universes? Ich habe mir massacre. Wie er ist unglaublich irgendwie aufgel만atおli. Oh, nein. Es jeux- Ich options- Wir haben. Das ist wichtig. Für die mittlere Spur. Oh, die mittlere, ne? Das ist richtig. Hoffe ich. Außer ich habe einen Kniegenau-Ptick. Oder, Chat? Ist das richtig? Rätsel erkannt, Rätsel gewandt. Und jetzt zur Schatulle. Die Frage, die ich mir stelle, warum habe ich nicht einfach mit einem Feuerpfeil darauf geschossen? Hätte das das nicht auch weggebrannt? Eine Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Naja, manchmal darf man das einfach nicht nachdenken. Hier ist der kleinere Bähentrinz. Da drüben, schnapp sie! Das ist der kleinere Bähentur. Geht aus dem Weg! Nein, nein, nein! Au! Lara schaschlig! Nein, nein! Okay, cool, cool. Nee, komm, mach' dem Antis! Hau' dir nicht, mach' Antis! Hey Lara, falls möglich, geh' zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Einen gefallen, glaub' ich. Okay, ich komm' zurück, so schnell ich kann. Okay. Wo soll ich denn hin? Ah, da oben hin. Äh, wie viel Geld hab' ich eigentlich? Mhhh, okay, noch nicht so viel. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Naja, bei dem, das, das Verargumentieren des Ausgangs als Eingang benutzen, müsste man ja wissen, dass es der Ausgang ist. Da kann man ja noch sagen, das weiß man nicht und das wird einem erst quasi klar, wenn man dort rauskommt. Weil man es halt nicht als Eingang über die Hinweise präsentiert bekommen hat. Weil sie weiß ja nicht, dass es da ist, ne? Das kann man ja vielleicht noch verargumentieren. So ein bisschen. Aber halt mit Feuerpfeilen, die man dabei hat, nicht irgendwas abfackeln zu können, was halt Öl braucht. Ja, dann brauchst du halt zwei Feuerpfeile, ne? Also, dementsprechend. Das ist halt, finde ich persönlich, schon ein bisschen schwerer zu verargumentieren. Als Design- und Ausgangproblematik. Tick. Na, theoretisch haben wir es aber auch nicht probiert, den Eingang, also den Ausgang als Eingang zu benutzen, ob er erreichbar ist oder nicht. Also, dementsprechend, ne? Den haben wir jetzt ja nun mal auch nicht gefunden. Also, das ist noch so okayisch. Okayisch. Hallo? Ja. Sie haben Etzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen. Es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als… Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Etzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen, neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Etzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Augen der Schlange, den Bergtempel betreten. Und sie hat nach dem Hintereingang gefragt. Wenn man weiß, dass er da ist, dann kann man auch nachfragen. Nun, meistens sind es ja so geheime Dinge, dass man es nicht weiß. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Die Zeit ist knapp. Das würde Königin Honorator und der Rebellion viel bedeuten. Das hier war wirklich nicht mein Plan, als ich... Entschuldigung, ich wollte nicht die Voiceline überm Dingseln, aber schon wieder zwei Punkte. Bei den Händlern... Ich könnte das eventuell noch machen, aber... Wobei ich bin immer voll. Lockfallen... Ich weiß nicht, was ich noch nehmen will. Ah, hier sind die Dinger. Die haben wir nämlich noch nicht. Was soll ich denn noch nehmen? Die Dinger habe ich jetzt tatsächlich super lange nicht mehr abgeschlossen. Äh, schossen. Nicht schossen. Beschlossen. Äh, bessere Preise dann hier oben? Na, theoretisch, ne? Braucht ihr noch einen Fähigkeitenpunkt? Äh, Atok weiß ich sonst nicht, was ich will. Achso, hier ist auch noch ein Händler. Was hat der denn? Uchu und ich haben nur geplaudert. Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Aetzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Aetzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss drei heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Könighorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Könighorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, zwei Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Bogen glätten. Achso, es war gar kein Händler. Es war tatsächlich eine Nebenquest. Wobei, das ist eine interessante Frage. Es gibt eine Trophy, glaube ich, für acht Nebenquests machen. Und die habe ich beim ersten Mal spielen auch nicht gesehen. Weil ich die Nebenquests halt gar nicht gefunden habe. Also dementsprechend... Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Nebenquests gemacht. Das ist die dritte. Ich weiß gar nicht, wie man auf acht kommen soll. Sind die verpassbar? Oder kann man die auch dann nachher noch machen? Das hier war wirklich nicht mein Plan, als ich sagte, ich will Onurato unterstützen. Weil, wegen und überhaupt. Wir wollen ja... Toll, jetzt sehe ich die Quest nicht. Die war jetzt hier irgendwo, ne? Warte mich mal nach da. Ja... Käsekuchen geht immer. Käsekuchen geht immer. Das ist okay. Okay. Hätte schlimmer sein können. Du hast noch Käsekuchen im Kühlschrank. Ich habe keinen Kuchen mehr. Ich muss mir noch einen neuen kaufen. Ja, bei Kampftechniken fehlt mir tatsächlich nur diese, weiß ich nicht, 50 Kills. Jetzt mit Konzentration, also unter den Consumer Worlds, weil ich halt nie Consumer Worlds benutzt habe. Die fehlen mir nach wie vor. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Vater, Vater, komm schnell. Die ich schick. Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Honoratus' Rebellion. Bist du Kabil? Ucu schickt mich wegen des Königs. Des Königs Horns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Ich glaube, zwei Kekse habe ich noch. Die habe ich heute zum Frühstück gegessen. Verzeihung. Zelda sei grüßt Moinsen. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Kuali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ischik. So, da oben. Okay. Mieser Dieb, du solltest doch den Mund halten. Bitte. Ich habe die Kräuter für meine Mutter. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder Einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Wo ist denn jetzt Jamil? Ach, dann. Das ist alles mein Schiff. Und hat das Messer da raufgeworfen. Es steckt fest. Ach. Vielleicht kann ich was tun. Wow. Wirklich? Danke. Hm. Habe ich das mit... Ne, da oben. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Muss ich jetzt echt da oben hoch das Messer beschaffen? Lol. Okay. Schwierig. Danke, Ischik. Michael, komm mal ins Bett schlaf. Gut, bis morgen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ischik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimayi, die Wache, hasst dich. Würde Chimayi dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar. Das ist gut. Oh. Sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Astor, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ischik. Wir machen dir den Weg frei. Chimayi, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja. Und Lama-Köttel sind köstlich. Lauf, lauf! Na gut, dann befreien wir den mal fix. Der Dieb muss bestraft werden. Bitte. Es waren nur Kräuter. Bitte. Ich arbeite. Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. So. Und wieder nach da. Ja, pff. Keine Ahnung. Kann ich halt nur sagen, ui, toll, Cory. Ui, toll. Ja, da. Sagte ich nicht, du sollst gehen? Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn verälschen? Hier. Die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier. Mit Respekt für den künftigen König. Danke. Für einfach alles. Danke. Wobei ich lehne mich jetzt wieder ein bisschen aus dem Fenster und sage mal, ähm, ein Friseursalon und ein Transmog-System in einem Spiel, was du in First Person spielst, halte ich halt nach wie vor für Features, die total sinnlos sind. Keine Ahnung. Third Person, okay. Ja, begrüße ich auch Friseur und, ähm, Transmog-Systeme, aber in einem First Person Spiel, ja lol. Ja lol. Halt Funktionen einbauen, für was, was man nicht sieht. Oh, ist okay. Okay. Alter, der Großteil der Spieler will es. Echt? Aber ich, ich meine, dann hätten, dann wäre vielleicht die erste Funktion, die ich mir wünschen würde, ein Third-Person-Modus. Dann würde ich das doch wiederum verstehen. Aber ohne Third-Person-Modus ist halt Quatsch. Sind alle jungen Leute verrückt geworden? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man. Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Ähm, noch nicht, fürchte ich. Natürlich nicht, aber das wirst du noch. Genau wie diese Kinder. Irgendwann wird es ihnen zu langweilig. Irgendwann. Ähm, was ist noch mit irgendwas? Oh, je, je! Neues No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No-No. Und Philuria holt den Witcher zurück. Und das Ganze schon im sechsten Monat. Das ist euch dickes Dankeschön, Philuria, für den Support. Und willkommen zurück an Witcher. Dankeschön, Mann. Dankeschön. Du bist als Erste zurück. Jonas' Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die die anderen Dinge holen sollten, sind vor drei Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenty macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenty perfekt. Ich hätte Quenty nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Ähm, zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenty suchen. Du hast schon viel getan, das Königshorn zurückzubringen, war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenty mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Aha, den weißen Baum finden. Da waren wir, glaube ich, gerade. Oder ist das da hinten? Ne, da. Genau. Also können wir uns theoretisch darüber porten. So, kurz was zu trinken holen und auf Klo. BRB. Boah, der geht fest. Ist nicht so gut. End. So. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, äh, theoretisch waren wir da oben, glaube ich, gerade schon Ähm, ja, genau Und da war der, war das Ding aber noch zu Und dann kam ich ja nicht da oben weiter Mal gucken, ob das Ding jetzt auf ist Da ist der Eingang Ja, jetzt ist er offen, lol Just corrupted So Mehr Knowledge Und Treimling, sei gegrüßt Morgen Na? Etwas stimmt nicht Wach geworden Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr Das muss der richtige Ort sein Ja, ist auch sehr fallen Vermint Zu früh eingeschlafen Ja, ein bisschen Und jetzt wieder wach geworden Versuch weiter zu schlafen Aber da hast du nur Urlaub Wo geht's denn weiter? Okay, jetzt sehe ich den Weg nicht Und Danny Da hat er auch gegrüßt Moin Hm Also hier würde ich jetzt sagen Nicht Geht's hier noch irgendwo weiter? Nicht wirklich, ne? Ich war hier, ne? Müsste theoretisch irgendwie dahinter rumkommen Aber hier geht's nicht weiter Bis morgen quasi Ich schlaf gut Ähm Ja, keine Ahnung Hier geht's auch nicht weiter, ne? Hier Hab ich gesehen Danke für den Haustreimling Und geh ins Bett Ich schlaf gut Ah, dann ist es schon dunkel hier. Mancos Ruhestätte, das sieht verdächtig aus. Ja, das sah verdächtig aus. Ups. Ich glaube, wir müssen uns wieder nach oben arbeiten. Ich will jetzt nicht sicher, wie ich auf die Idee komme, aber ich glaube. Oh Gott, oh Gott, ist das alles eng und dunkel hier? Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manko vor dem Kult von Kukulkan. Okay, wir fluten einfach mal das komplette Gebäude. Okay, also wir müssen den Wasserstand die ganze Zeit erhöhen, um nach oben zu kommen. Check, verstehe. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Genau, Wasser muss ans Rad. Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Ja, aber noch ein Ding. Das können wir einfach rausreißen. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. So. 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 Ähm, ach da. Hatte ich jetzt eigentlich Sauerstoff schon geskillt? Ja, ne? Wahrscheinlich hier drin. Oder? Jetzt muss es zurück zu Uchu. Auf der anderen Seite. Okay, dann wird das der Ausgang sein. Dann warte mal, man muss nicht mehr auf der anderen Seite noch ganz kurz das Ding wegversammeln. Durch diese Wand dringt Licht. Vermutlich noch ein abgeriegelter Gang. Gucken, gibt's vielleicht Reichtümer? Und Schätze? Und Zeug? Oder? Na, wo war das denn, glaub ich, der Ausgang war? Ein Tee? Ach, der Tee ist nicht meins. Nee, nee, nee. Kein Tee. So, theoretisch kann ich jetzt einfach runter und mich dann porten. Das wär, glaub ich, schneller. Hier unten war ja, glaub ich, direkt so ein Basislager. Und dann können wir uns von so einem anderen Lager halt hin porten, was ja genau gegenüber ist. Theoretisch. Praktisch. Hab ich schon wieder vier Fähigkeitenpunkte. Ja, dann nehmen wir das mit den Händlern. Möchte da sein. Oder? Das find ich doof. Die Nebenmissionen werden nicht auf der Karte angezeigt. Weißt du, siehst halt immer nur die Mainmission, aber nicht die Nebenmissionen. Die Nebenmissionen werden nicht auf der Karte angezeigt. Na, war ich das. Ah, Lara. Kenti ist gerade zurückgekommen. Angeschlagen, aber lebendig. Freut mich, dass es dir auch gut geht. Die Zisterne ist eine Herausforderung. Schön, dass Quenti es geschafft hat. Aber leider ohne das Amulett des Retters. Meinst du dieses Amulett des Retters? Was? Du hast es gefunden? Das ist unglaublich. Hier. Ich kann dir nicht genug danken. Wenn Shan mit dem Meisterbogen zurückkehrt, werdet ihr alle geehrt. Du wirst uns doch die Ehre erweisen. Ich komme. Mission abgeschlossen. So, das heißt, jetzt haben wir nur noch die Main Mission, die uns irgendwo noch da oben führt. 3.300 brauchten wir, ne? Wir haben... Für das Seilwerkzeug. Aber gut, warten wir nochmal ein bisschen. Alter, diese Vögel erinnern mich echt an Ghost of Tsushima. Die haben, glaube ich, auch denselben Sound. Jedes Mal, wenn ich diesen Vogel nämlich hier switchern höre, denke ich, oh Gott, irgendein Ghost of Tsushima Vogel will mich irgendwo hinführen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was? Ach, das ist von der anderen Seite. Das, ähm... Dafür habe ich nicht genug danken. Ja, ja, ich weiß, was es ist. Da können wir dann einen Shortcut haben. Äh, beziehungsweise... Ne? Weil da drüben waren wir nämlich. Und das müsste das letzte Schwalbenschwung-Ding sein. Ach komm, das machen wir aber direkt. Hat super funktioniert, Chat. Hat super funktioniert. Uff. Okay, wir gehen vielleicht nochmal hoch. Weil ich glaube, wir brauchen noch einen Schwalbenschwung in dem Gebiet. Dann haben wir die Herausforderung nämlich auch abgeschlossen. Lol. Ja, hat gut geklappt. Aber wisst ihr was krass ist? Das ist, dass wir den gesamten gestrigen Stream und den gesamten heutigen Stream nur einen Gegner eliminiert haben. Das heißt, wir haben jetzt quasi vier, fünf oder sechs Stunden, keine Ahnung wie viel es waren, quasi pazifistisch gespielt. Also weil halt auch noch nicht mal Gegner da waren. Schon irgendwie krass. So, wo war das denn jetzt? Äh, hier, ne? So. X und drücken Sie, um einzutauschen. Na, Herausforderung abgeschlossen. Und nochmal. Ich konnte nur zwei Sachen bauen. Und ich musste theoretisch erstmal die anderen Sachen, glaube ich, freischalten, dass ich die überhaupt bauen konnte. Weiß jemand, ob das funktioniert, dass man, ähm, also dass die Kills über den Tod hinaus zählen? Also du machst halt quasi fünf Gegner an einem Checkpoint, lässt sich aber vom letzten Gegner töten, aktivierst das wieder, tötest wieder fünf Gegner, lässt sich töten, um so die 50 hochzustacken? Geht das? Oder muss man die halt 50 machen, ohne dabei zu sterben? Alles vor, kann ich nicht mehr tragen. Nein, ich gehe davon aus, die Ecke sind ein paar Schaden, wer noch kommt, sehe sie. Aber ja, insgesamt ist halt, kannst halt sehr viel Zeit halt eben mit, mit Nebenkram halt verbringen. Also diese Hörner machen aber auch irgendwie eine Mette. Oh, jetzt war mal ein Händler. Was hast du denn? Ja, würde ich gerne. Alles steht zum Verkauf. Bis auf Remax-Trommel. Toll. Achso, die haben das Ding auch, das Aufstiegswerkzeug. Ähm, kostet zwei neun. Wir können erst mal verkaufen, das Göllchen. Ähm, das ist auch schon mal eins neun. Und Jade. Oh, das ist nice. Weil dann können wir nämlich kaufen, ähm, das Aufstiegswerkzeug. Viel Spaß damit. Und das Laservisier für alle Gewehre. Ja. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Genau, dann müssen wir das nämlich noch an das Gewehr gleich dran bauen. Na, mal vorne sauber. Schon falsch. Ja. Dankeschön. Danke. Komm und sieh dir meine Vara. Hm. Ich mach rechts davon. Ja. Und noch ein Mono... ein Monolith. Na, der ist da oben, glaub ich. Das beschreibt etwas in der Nähe. Der jüngste von vier Brüdern dreht den anderen den Rücken zu. Sprechen ist nicht möglich, da ich in seinem Mund liege. Der jüngste von vier Brüdern. Vier Statuen. Hm. Kein Schimmer. Ich hab jetzt auch nicht irgendwie eine Statue hier gesehen. Oder sind das vier Statuen? Eins. Zwei. Drei. Vier. Also es wären vier Statuen. Außer die da oben, die man noch mitzählen würde. Hm. Keine Ahnung. Also theoretisch könnte es hier diese Statuen sein. WB. Nein. Sag ich doch. Das waren die Dinger. Monolithenschatz gefunden. Nice. Wieso zerstört? Angebrannt? Arme, arme Bolognese. Du sollst sie doch nicht zerstören und anbrennen lassen. So. Jetzt hoffe ich, dass hier irgendwo ein Lagerfeuer gleich ist. Endlich da. Dann kann ich nämlich die Knarre noch aufhören. Nein. Ich muss vorsichtig sein. Nein. Loot. Gib mir mein Loot. Genau. Oh, jetzt kommt, glaube ich, mal ein bisschen Action hier in die Bude. So, dann können wir nämlich das Visier da dran bauen. Wir haben schon wieder zwei Fähigkeitenpunkte, aber das machen wir gleich. Ähm, so, und einmal ans Jewehr. Ach, das kann ich noch nicht mal upgraden, sehe ich gerade. Nein, das ist schade. Ich spiele die Waffen, die du nicht aufwerten kannst. Das ist ja geile Scheiße. Na, egal. Können wir aber irgendwann dran bauen. Dafür kannst du die Qualität ja ein bisschen runterstellen, im Zweifel. Wenn halt Source nicht funktioniert oder zu viel halt Hitrate braucht. Deswegen hast du ja unten diese Auswahlmöglichkeiten, Sevi. Ja, das ist ja ein bisschen drückterer. Okay. 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 Okay, die tragen Helme. Sind mir schon mal unsympathisch. Vorsicht. So, first blood. Achso, da sind zwei Dudes. Wo ist das Tor? Da oben, ne? Okay. Machen wir das erstmal ein bisschen schmutzig. Ein Schuss. Ein Toter. Und Namels, ne? Gegrüß. Das ist der Helmträger. Ja. 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 Ich mach einfach nur noch raus. Das ist die beste Taktik ever. Ja. 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 Taktisch. Ja. 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 Ich weiß. Ich weiß. Ich könnte mich irgendwie heilen. Ich weiß noch nicht wie. Ich hab ihn gemacht. Ja. 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 Crazy. Wie lange habe ich denn? Doch 19. Nee wir haben es 2018 schonmal gespielt. Ist aber schon ein Weilchen her. War doch was es hier alles. Es gibt dann Materialien. Was? Ja, immer unauffällig. Ich kann schon nicht mehr sprechen, ey. Da ist das Tor. Achso, da kann ich gar nicht hochklettern. Ich bin nicht hochklettern. Und dadbrows auch, gegrüßt guten Abend. Hunduni Schokol, Kalampil! Mutter! Uzo! Bring ihn weg von hier! Und dann willst du... Dankeschön für sieben Monate, mein Lieber. Und dann damit für den Support. Danke dir. Ja, jetzt muss man auch mal was sagen. Und wenn es noch frohes Neues ist, dann roh, wünsche ich dir nämlich. Du, was du tun musst. Danke. Das Auge der Schlange. Das ist es. Okay. Danke dir auch, natürlich. Und der Jesterhead kommt auch noch vorbei. Im 50. Jesterhead. Da sage ich auch an dich natürlich dickes Dankeschön. Für den Support. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Dankeschön, Mann. Sieht nicht falsch aus. Du bist drüben. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg. Okay. Nach unten. Mal entscheiden, ne? Ist das Wasser flach oder tief? Tief. Okay. Tief genug. Und schon wieder ein Level ab. Alter, die Schwede. Die Punkte fliegen ja tief. Wünsche ich dir auch, Jesterhead. Wünsche ich dir auch. Danke dir. Ich hoffe, ihr seid alle auch gut reingerutscht. Muss erst mal auch wieder meinen Rhythmus jetzt so ein bisschen finden. Alles gecrashed am Wochenende. Wobei es war ja doch, es war Wochenende ja in dem Sinne. Ach da. Ja, noch sitze ich hier, Namels. Die Frage ist halt noch, wie lange. Das ist ja die interessantere Frage. Sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Da unten scheint ein Tempel zu sein. Okay. Holy Moly, ey. Schon wieder vier Punkte. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben. Solange er die Schatulle braucht. Hm. Nehmen wir das mal mit. Hoffentlich ist sie okay. Gute Frage. Nehmen wir das nochmal mit. So. Ist die gerade? Ja, bei Epic. Genau. Bei Epic ist es kostenlos. Ganz normal Tomb Raider ohne Untertitel. Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Das ist die Reihenfolge der drei Spiele. Hm. Wir hatten halt Tomb Raider und Rise von davor irgendwann gespielt. Ne. Du zahlst ja immer noch 3,99 für den Sub. Also das hat sich geändert. Das ist scheiße. Wenn sie es nicht zurücknehmen, ist es scheiße. Und ich glaube nicht daran, dass ich es zurücknehme. Von wem sind die? Weder Maya noch Inka. Es ist hoch, aber es geht. Okay. Das ist jetzt nicht so das, was mir einfallen würde, wenn ich hier oben stehen würde. Ist hoch, aber geht. Na gut. Ist hoch, aber geht. Das ist unglaublich. Erstmal wieder alles einsammeln. Na, Dietrich habe ich jetzt hier. Also sogar noch mal aufstellen. Klein. Klein. Lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall, Dietro. Wir haben sie ja jetzt auch noch mal alle ein zweites Mal gespielt. Bin ich halt gespannt, ob die Uncharted-Kiste, die dann nachher bald rauskommt, das Ganze dann, ob die auch so gut gealtert ist. Lime. Ja, kann man nichts machen damals. War ja quasi Twitch-Entscheidung. Was will ich dazu noch sagen? Ich meine, ich habe schon super viel zu gesagt. Deswegen will ich da jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen und mir die Laune vermiesen lassen. Noch eine Kiste? Dann brauchen wir noch zwei, ne? Lang. Da ist noch eine, dann fehlt noch eine. Die Unterwassersounds sind richtig gut. Richtig schön dumpf. Na, ordentlich. Kleing. Alter, was haben sich alles hingebaut? Und da vorne war noch Gold. Ne, sogar Jade. Noch was? Ja gut, aber ich glaube, man merkt, dass ich mittlerweile die Luft geskillt habe. Wobei mich tatsächlich Lara in diesem Outfit... Ah, Piranhas. Äh, die habe ich gar nicht als Piranhas wahrgenommen. Lol. Tatsächlich gerade bei der Unterwasserschwimmanimation sehr an Cassandra aus Assassin's Creed Odyssey erinnert. Auch mit dem Outfit. Aber egal. Die Collectibles, äh... Zählen. Also die muss ich noch mal sammeln. Nein, die habe ich gar nicht gesehen, die Piranhas. Nein, die habe ich gar nicht gesehen, die Piranhas. Oh, hier war glaube ich jetzt erstmal alles. Und der Dead Bro haut erstmal fürs frohe Neujahr zwei Stück raus. Da sag ich dickes Dankeschön, dass du zwei Leute zurückholst. Dankeschön, Mann. Für den Support. Hilf natürlich ungemein, Mann. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Was ist das? Ich glaube, das war optional. Auch nur Wendigos. So, einmal kurz Luft schnappen. Fallen entschärfen. In der Spielhalle abgeräumt. Oha. Glücksspiel ist doch böse. Und da oder hoch? Na dann wahrscheinlich ja runter. Runter. Okay, nee, nicht runter. Ja, aber das habe ich auch beim Lottoverkaufen immer gesagt, Reimling. Ich habe immer gesagt, es ist böse. Ich kann ja nichts dafür, wie die Leute es trotzdem tun. Okay. Oh. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Ich bin eine Herausforderung. Ich bin ein bisschen geboren. Links war noch ein Schatz. Und Luca sei auch gegrüßt, frohes Neues auch dir gewünscht und Dankeschön für 21 Monate mein Lieber, Dankeschön Mann und Witcher, komm mal gut ins Bett. Ich loote, dumme Moräne, lass mich looten. So, jetzt, jetzt kann ich dich abstechen, okay? Dumme Moräne. Wollen wir mal eben zurück Luft schnappen. Ich hasse diese Viecher. Das ist halt echt nervig. Und Chaos Gamer, sei gegrüßt. Wobei ich jetzt hier den Eingang nicht sehe. Aber von da kam ich doch, oder? Okay, es ist ja einfach dunkel. Ah. 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 Was ist das? Nö, versteh ich nicht. Und der Dreimling haut auch noch einen raus, an den Chaos Gamer. Da sag ich dickes Dankeschön auch an dich natürlich wieder, VIP-Link, für den Support, Mann. Dankeschön. Ich check nicht, wo der Weg sein soll. Seht ihr den Weg? Also der einzige logische Punkt ist hier. Ah, okay, das hat man gar nicht gesehen. Okay, danke, Chad. Perfekt, Wiluria. Perfekt. Perfekt. Und ein neues. Basislager. Wie viele Fähigkeiten haben wir jetzt schon wieder? Nein, okay. Was muss ich eigentlich machen? Boah, das ja hier zu finden, ist ja die Hölle. Hier muss eine gewaltige Schlacht getrunken. Ich muss die Barrikade überwinden. Ha! Das Ding sollte Leute drinnen halten und nicht draußen. Tja! Rumpelpumpel. Also, voll. Ich überlege gerade, ob ich mich daran erinnern kann, das hier schon mal gemacht zu haben. Also im Moment habe ich keine Erinnerung. Doch, ich glaube, das Schiff haben wir gemacht. Das ist eine gute Frage. Das ist gut. Es ist gut. Also ich finde das Spiel manchmal, danke Lara, ein bisschen zu dunkel und sie macht halt zu selten das Licht an, finde ich so persönlich, weil jetzt hat sie es wieder ausgemacht, also aus irgendwelchen Gründen. Ja! So, jetzt sind wir schon mal oben. Was können wir hier machen? Wir können drehen. Was dreht das denn? Okay, den Ast und die Kanone. Mhm. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Oh, von der Seite geht's nicht. Das Falkonett ist in Stellung. Das Was ist in Stellung? Ich muss zum Bug gelangen. Also das heißt, was ist denn jetzt Bug? Und was ist das hier? Ich glaube, es ist nichts in Planung. Aber ich kann das jetzt nicht einfach durchschießen oder so, ne? Das wäre ja zu einfach. Ich muss zum Bug gelangen. Nein, du sollst es da oben festmachen. Dann geht's wahrscheinlich nur von der anderen Seite, ne? Der Bug ist hinten. Nee, Bug ist vorne. Ich muss zum Bug gelangen. Die Frage ist, wo bin ich? Also theoretisch würde ich tippen, ich bin hinten. Und das ist das Heck. Und ich muss zum Bug und der Bug ist vorne. Ich muss zum Bug gelangen. Ah, gar nicht mehr müde. Oh, Entschuldigung, Chat. Hm. Erstmal wieder den Rhythmus hier nur unter Kontrolle bringen. Riecht das auf? Laufholen. Steuerbord ist da, wo das Steuer ist. Und das Steuer ist bei Schiffen immer auf der rechten Seite. Und Backbord ist auf der linken Seite, weil dort nicht das Steuer ist. Sonst wäre es ja Steuerbord. Ja, so ist das. Haben wir noch ein paar Bootsfragen? Luforle, um genau zu sein. Sollte ich irgendwann mal meinen Bootsführerschein machen. Äh, wo geht's denn hier weiter? Hier. Äh, ich seh nur nix, das ist ein Problem. Achso. Achso. Äh, das war jetzt eigentlich auch eher blind. Hast du Wände und Halse, das kenn ich nicht. Kiste. Das kenn ich nicht. Was macht das? Mist. Mist, er rührt sich nicht. Jetzt. Dann müssen wir da erstmal hoch. Und jetzt? Ja, da komm ich ja nicht dran. Und abschießen kann ich ja nix. Ich muss zu der Kiste. Ja, zu welcher? Hier gibt's so viele Kisten. Wichtiger bei Segelschiffen. Ja, segeln kenn ich mich tatsächlich gar nicht so sehr aus. Ich muss zu der Kiste. Was ist das? Ähm. Ah, hier rüber. Schauen. Das sieht immer so super knapp aus. Der Baum muss frei sein. Ach, immer ist auch irgendwas. Äh, wie komm ich denn zurück? Hä? Das sieht aber echt so aus, als ob man da hoch... Wollte ich schon sagen. Soll man da hoch käme? Bei der Wände geht der Bug durch den Wind, weil er also den... Ja, ne, das hab ich echt noch nie gehört. Da ist... Alter, das Schiff ist hoch. Ich spiele die offizielle deutsche Version Karsgamer, die einzige die es halt gibt halt. in Deutschland. Ich muss den Baum ausrichten. Ich muss den Baum ausrichten. Würde mir jetzt sagen, die lässt sich da jetzt auf diesen Baum dann fallen? Ach, du Scheiße. Oh. So. Und wie komm ich da jetzt hoch? Hat da jemanden zerbordet, ja? Oh. Was er denn so aus? Perspektive schwillt. Was? Lara flext halt einfach erstmal mit Fachwissen von Segelboden. Find's drin. Na toll. Jetzt ist das Ding gleich mit aufgegangen. Halten Sie hinter Wasser noch länger die Luft an. Ja, jetzt haben wir gleich doppelt den Perk. Ach, da werden wir einfach sagen, mach mal Luft an Stoff. Dann weißt du schon, wo er hin soll. Und I am Michael, sei gegrüßt. Hallöchen. Was hat denn das jetzt gebrochen? Ach so, ein schneller Ausgang. Verstehe. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Nein darfst du nicht, Chaos Gamer. Deswegen sage ich ja, es gibt halt für Deutsche nur eine Version. Also für Deutsche Streamer. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Ha! Ja, so lang war das jetzt aber auch nicht Stefan, oder? Ja, war der andere Tempel länger. Ja. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. So, theoretisch. Dann war fertig. Komme ich jetzt hier eigentlich raus? Weil das deutsche Gesetze sind? Keine Ahnung. Weil ist so. Das musst du halt Deutschland fragen. Das kann ich dir nicht beantworten. Theoretisch lohnt sich das? Ne, das lohnt sich jetzt nicht eigentlich raus zu porten. No. No. das ist richtig daran das ist richtig bpm beziehungsweise usk geben halt nur empfehlungen und der hersteller kann diese halt eben dann umsetzen oder auch da halt nicht gott was ein weg jetzt komplett den ganzen weg wieder zurücktauchen wahrscheinlich ja ja ist das dunkel Janik macht den Dave er haut erstmal eine Aussage raus okay, ja, cool Janik, cool das wäre vielleicht eine Info das wäre vielleicht eine Info oh nee, jetzt bin ich schon wieder bei dem hä? wo ist denn hin? wieso ging das jetzt gerade gut und jetzt nicht? oh Gott, oh Gott wieso bin ich jetzt an so einer dummen Stelle gespawnt? aber es ist interessant, dass sie dann ein Spiel ankündigen für eine VR, die nicht angekündigt ist also so richtig angekündigt so richtig So, nu? Und preise und verfügbarkeit abwärts kompatibel Hey! Hey! Boom! So, jetzt aber endlich die Schroflindel Das müssen die verschwundenen Trinity Soldaten sein So, dann gucken wir mal, was wir für Waffen hier haben Inventar Da haben wir weniger Bums, aber mehr Präzision Also, die ist hier überall besser Wobei ich immer noch nicht weiß, was diese Aufsätze bedeuten Weil da kann ich tatsächlich ja noch nichts mehr meditieren Interessant, interessant Wie viele Punkte habe ich? Schon wieder zwei Ähm... Was hatte ich jetzt gerade geskillt? Theoretisch können wir das da oben vielleicht noch mal mitnehmen Aber das ist auch so selten So, jetzt gehen wir mal kurz auf Klo Und dann gucken wir mal weiter Ah! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das Auto wurde schon mal irgendwann, schon mal irgendwann, äh, gezeigt. So. Röms. Genauso wie sich ja die Gerüchte mehren, dass jetzt auch Apple irgendwann sein Auto vorstellen wird. Es ist einfach dunkel. Ich sehe halt wirklich nichts. Ampelo, komm gut ins Bett. Bis morgen. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Oh Gott! Scheiße! Scheiße, ich will halt mit den Dodges gewinnen. Was geht weiter? Es werden immer mehr. Was weiß ich, da kommen wir viele. Wie viele sind das? Was weiß ich? Was weiß ich, da kommen wir viele. Was weiß ich, da kommen wir viele. Kann ich das CES ankündigen? Weiß ich gar nicht. Ich muss das Ding selbst drehen. Oh, falsche Waffe. Was geht denn nach, wenn ich die Waffe wegpacke? Interessant. So, das war's. Was genau habe ich denn getan? Ach so, ich habe unten ein Loch reingesät. Ach so, das war's. Ich bin sicher. 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 Okay. Ich bin sicher. Deswegen. Ich dachte, es sollte was kommen. ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ist die jetzt vorbei oder war das der Auftakt? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ne, viele Schüphle da. Was für ein Anblick. Was ist hinter der Tür? Erster Tag, okay. Chat, das ist... Wir brauchen Wasser am Rad. Daran erinnere ich mich noch. Also zumindest an das Wasser ans Rad. An den Rest erinnere ich mich nicht mehr. Nur noch an das Wasser ans Rad. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, da habe ich mich letztes Mal schon erschrocken. Immer auf die Hoden. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Okay, cool. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. No, what macht that? Ja, die hat gehörig einen Schwung in der Platte. Das ist schon Vergewaltigung. Könnt ihr das bitte lassen, wenn ich diese Idee hatte? Please don't do this ever again. Please koppelt nicht eine Tippfunktion an eine Visionfunktion. Das ist halt... Das ist halt einfach kacke. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Das ist halt einfach nur belastend. Weil ich such den Weg. Und Lara gibt Tipps. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Alter, wenn das aber auch nicht so dunkel wäre. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Weil ich finde, die Sicht erschwert das hier ungemein. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Also ich muss das obere umdrehen. Das Problem ist, ich sehe nicht, wie ich nach oben komme. Das habe ich das letzte Mal schon irgendwie nicht gesehen. Weil ich muss den oberen Hebel umdrehen, dass er quasi hier die anderen Hebel mit Wasser bedient. Gar kein Problem. Theorie NP. Praxis scheitert. Ich sehe halt nicht, wo ich hin soll. Nein. Oh. Hä? Oder was ich sehe, zumindest still. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich finde das belastend. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Hier könnte die Schatulle sein. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich finde es nicht lustig. Weil es halt einfach so dumm ist. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ähm... Was ist das denn? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. So, wie komme ich jetzt da hoch? Also theoretisch sieht es doch so aus, als ob ich hier hoch käme. Also hier an dem Ding. Aber da komme ich halt nicht hoch. Also das einzige, was für mich so aussieht, so als ob es ginge, geht aber nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Aber sonst gibt es doch hier keinen Weg nach oben, oder? Und wie soll ich sonst dieses Seil da durchschneiden? Was? Ah, voll. Wie kommt man da hin? Hm. Das, was du versuchst zu beschreiben, mein Lieber, funktioniert nicht. Weil da oben sind Dinger vor. Das heißt, das zu verbinden, um daran zu drehen, wie du siehst, geht nicht. Und das ist das Problem. Dass ich hier irgendwas verbinden kann, um das irgendwie zu drehen, ist mir schon prinzipiell klar, Herr Schlau wie Schlumpf. Äh, aber das geht nicht. Weil das sei da auch noch das Ganze fixiert. Also muss ich da hoch und dieses Holz da weg machen. Und, ähm, das funktioniert halt nicht. Ich will nicht das mittlere drehen, weil das mittlere kein Wasser hat. Weil das Wasser vom oberen in das mittlere in das untere gehen muss. Weil das geht ja halt nicht. Ich muss ja das obere drehen. Und das obere kann ich nicht drehen. Aber du kommst darüber dann hoch. Das ist ein Argument. Moment. Moment, ah, Moment! Moment, Moment! Aber das ist doch schon wieder falsch rum. Moment. Das war die Information, die gefehlt hat. Dass ich das drehen kann, ist mir schon klar. Ich wollte es nur anders drehen. Dann blutzt es als Brücke, wäre ein guter Hinweis gewesen. Oder den Mittleren als Brücke. Dankeschön. Weil dann ist das... Klar. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. So. Weil jetzt kann ich das obere halt drehen. Wobei ich weiß, ob ich das Seil hier durchschneiden muss. Nee, ist okay. Das ist noch nicht mal verbunden. Also jetzt komme ich einfach nur zurück. Okay, das ist okay. Weil dann können wir das obere halt drehen. Können das so ausrichten, dass das Wasser reinfließt. Das ist dann jetzt ja gar kein Problem. So. Dann kann ich das ein Stück drehen. Die Frage ist... Ich weiß nicht. So. Das nehmen wir los. Okay. Jetzt eigentlich nur noch das untere, ne? Weiß noch nicht, ob das so genau passt. Okay. Toretisch nicht. Taktisch... auch nicht. Muss ich das obere dann auch weiter drehen? Das war's. Fast fertig. Das war ein Mechanismus eins. Richtig? Davon kommt noch ein, oder? Genau. Wir brauchen mehr Wasser an mehr Rädern. Woher kommen die bloß alle? Oh... Traum. Wo schießt der denn? So. Und jetzt muss ich auf die andere Seite. Oder? Oder wo? Zwei Türen. Natürlich. Aber das muss die letzte sein. Wo ist die zweite? Ja, wahrscheinlich hier, ne? Wollen wir jetzt mal hier rein? Warte mal, da war's. Sag ich grüß. Moin. Ja, du kommst ein bisschen spät. Die letzten sechs Stunden waren pazifistisch. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen Shortcut. Und aussetzen sie den Ton. Ja, aber du weißt ja, Pandora. Also je später der Abend, desto mehr geknallert. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Was brauchten wir jetzt? Ich hab's vergessen. Irgendwo schießt jemand schon wieder mit Pfeilen nach da oben. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Achso. Äh, so rad ist. Wo ich noch getrapsel. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. So. Man, ich höre irgendwo immer diese komischen Loki-Viecher. Auf, halt die Taste. Wie dreht sich nicht? In der Tat, dreht sich nicht. Ist richtig, dreht sich nicht. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wie kann ich das denn kaputt machen? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Nein, wir brauchen nicht fließendes Wasser an dem Rad. Halt doch jetzt mal die Klappe. Wir brauchen irgendwas anderes. Lara, mach mich fettig, ey. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Nein, das gehört ja zum Spiel. Das ist, das muss so. Jetzt genieß das mal. Okay, also wir brauchen da unten irgendwas, was wir kaputt machen. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Die Frage ist, ob wir das kaputt machen, wenn wir das so rum erstmal machen. Oh, jetzt ist die Frage, warum das immer noch nicht kaputt ist und wie ich es überhaupt kaputt machen kann. Ja, weil es unten verhakt ist. Das habe ich, das sehe ich, aber ich weiß nicht, wie ich sie wegmache. Muss ich da drauf schießen? Nö, natürlich nicht, ne? Also wie soll ich das wegmachen? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Jemand eine Idee, wie ich das da wegmachen kann? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Nein. Ich bräuchte einen Tipp, wie ich das Ding da unten wegkriege. Wie kriege ich das denn da unten weg, Lara? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Nee. So. Ich war doch gerade aber schon... Äh, ja, lol. Jetzt geht's. Das ging halt nicht, als nicht genug Wasser da war. Ich war ja gerade unten. Da ging's halt nicht. Lol. Alter. Alter, schlüpst du jetzt mal ein bisschen? Wer schießt und wo? Alter, die klingen echt wie Clicker oder Wendy-Gurus. Wo ist da noch so ein Otto? So. Ruhenpuff. It's all about the Wasser an the Rad. Wasser am Rad. Uff. Wir brauchen Wasser am Rad. Das wäre jetzt super, wenn Lara das einfach so gesagt hätte für das Meme. Wir brauchen Wasser am Rad. Uff. Oh, Ruhe. Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Ja, Axiel. Die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixtchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Eine Sonnenfinsternis und ein Raya. Wie die Tattoos auf Onurathos Arm. Aber wo ist die Schatulle? Wie die Tattoos, 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 wie die Tattoos Okay, cool. Huch! Sie müssen denken, ich war das. Ja, wer denn sonst? Oh, Janik, komm gut ins Bett, schlaf gut. Ja! Auah! 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 Uff. Wir kamen, sahen und machten Wasser ans Rad. Und dann gingen wir wieder. Das kannst du auch keinem erzählen, ey. Das kannst du auch keinem erzählen. Oh! Endlich. Er schafft's. Ei, ei, ei. Was ein Intermezzo. Ich hab gedrückt. Also ich denke, ich hab gedrückt. Was? Oh! 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 Endlich! Geschafft! Oh! 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 Hm. Oh! 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 Achso doch, da geht es weiter. Der Heal war durch, ja genau wie sie beim Button Press kam nur nicht mehr an. Oh, Entschuldigung. So, da haben wir glaube ich die Ausrüstung. Oh, Entschuldigung. 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 ist. Ich hab da unten bei diesem Wasser am Rad Ding die Herausforderung nicht geschafft mit diesen fünf Linksys. Ich glaub, für Platin müsste ich die nochmal machen. Lol. Oh, oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber das sammle ich ja nicht an alles ein, auch mit der höchsten Schwierigkeit. Das mache ich ja dann entweder jetzt oder mit der leichtesten quasi. Nicht mit der schwersten. Oh Gott, oh Gott. Alter, Fülle. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Was, eine Kletterpartie? Was? 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 Ja, jetzt kommen wieder diese Kack-Piranjas rein. Ich hasse sie. Die sind einfach nur nervig, ey. Ach so, ich habe die Kamera aus. Das ist lol. Wobei die sogar noch schlimmer sind als Muränen. Weil Muränen kannst du ja zumindest einmal töten oder so. Aber die Piranhas sind hier halt Instant Kill. Ja, ich habe gedrückt. Er ist schon weiter. Uff. Ja, hier waren wir ja schon. So, einmal Speichoren. Fünf Stück. Holy shit. Ich weiß noch gar nicht, was ich nehmen will. Und dann habe ich noch zwei. Keine Ahnung, ist mir egal. Ist mir gerade egal. So. Beim nächsten Mal mehr. Morgen am Mittwoch gibt es eine Pause erstmal von Lara. Weil morgen machen wir erstmal, oder gucken erstmalig sozusagen, in GTFO rein. Was das Ganze kann. Ähm, Tomb Raider geht dann eventuell Donnerstag weiter, oder dann erst ab nächste Woche. Ähm, müssen wir halt mal schauen, wie wir halt lustig sind. Ähm, und ich bin gespannt, wann die Gräber halt kommen. Also, weil die waren bis jetzt halt immer noch nicht da. Also, diese optionalen DLC-Gräber. Ähm, bin ja mal gespannt, wann die halt kommen. So, dann können wir einmal hier rausgehen. Zurück zum Hauptmenü. Jawohl. Dann mache ich schon mal das lokale Recording aus.